und damit priviert priviert schönen guten abend und willkommen bei real solar system ich muss mal kurz gucken ja ich habe daran gedacht den hintergrund auszutauschen hervorragend ausnahmsweise mal alles so wie es sein soll wenn ich das richtig sehe ja ich hoffe ihr hattet soweit erst mal einen schönen start in die woche und ich versuche mich immer nicht mit meinem mikro aufzuhängen so und wir machen heute weiter mit real solar system mit unserem rennen zum mond nachdem es bei cookie am samstag suboptimal lief aber ich glaube es ist keiner umgekommen also die rakete ist zwar auseinander gebrochen aber die kapsel ist gelandet bin ich jetzt dran nachdem er sich zuerst raus gewagt hat und wir werden heute mal einen ernsthaften anlauf starten einen bemannten flyby am mond zu machen sehr schönes wortspiel cookie es lief suborbital sehr schön gemacht okay kommen wir mal zu einem anderen wichtigen teil dieses streams nämlich erstmal ein ganz liebes hallo an den gaming cookie an den neo an den fallen wolf den freedom dart den verox on air nasradam furzbacke luca tv slash 00 600 senfsoße scharabel pablone oh gott das respekt für den nickname übrigens noch mal scharabel pablone ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen oh gott wo bin ich wo bin ich hier bin ich den mimir den talenrock den mindevil den femmler den prios und jetzt bin ich durch und natürlich noch hallo an alle die eventuell noch nicht hallo gesagt haben genau so wird spannend heute aber das zögere ich noch ein bisschen raus denn jetzt gibt es erstmal aufwärmschluck ich wage mich nach längerer zeit mal wieder an schluck alkohol im stream in diesem sinne erstmal prost heute abend gibt es zum warm werden erstmal ein johnny walker red label in diesem sinne lasst es euch schmecken einen schönen abend und auch ein hallo an den markus immer noch mein top donator übrigens da drüben irgendwo im overlay gut was haben wir vor es gilt heute eine sojus zu bauen mit einer rakete die funktioniert ich hatte ja letztes mal gedacht oh cool dann bauen wir die proton k 1 zu 1 nach soweit eine gute idee habe dann aber festgestellt dass wir ein teil fehlte da habe ich dann noch mal ein bisschen recherchiert ich habe das teil auch gefunden das ist bei improved stage combustions drin dieses block d triebwerk also es gibt es ich habe es nur noch nicht das ist jetzt ein bisschen ärgerlich weil ich das bräuchte um eine proton k zu bauen das heißt wir werden uns mal so nah wie möglich an einer proton k halten aber ich werde die oberstufe ein bisschen improvisieren oder die oberstufen und alle die jetzt verwirrt sind weil es schon los geht ja ich hatte per twitter das noch rausgejagt ich war doch überraschend zeitig zu hause und habe deshalb auf 20 30 vorgezogen dann haben wir entweder mehr zeit oder ich kann ernst bett gehen je nachdem wie das heute so läuft genau also um 9 war prinzipiell die richtige information ich habe es kurzfristig per twitter vorgezogen so das heißt wir müssen ein bisschen bauen und ich hatte noch überlegt mir noch finanzmittel zu beschaffen um die blöden solarpaneele noch in original mitzunehmen und da könnten wir theoretisch nämlich den hier mal annehmen der gibt nämlich ein bisschen kohle ich brauche 140.000 um das zu kaufen 112.000 gibt es advanced das macht sowieso sinn mal geostationäre satelliten zu bauen und wir haben 1095 tage zeit dafür das heißt das konfliktet nicht mit unseren anderen zielen wir haben ein bisschen zeit das zu erledigen den nehmen wir dann einfach mal an das gibt ein bisschen kohle vorschuss und diese kohle können wir dann in die solarpaneele investieren das ist zumindest so der plan gut destiny 2 streams aha was es nicht alles gibt ja jeder jeder das was er mag ne genau so ja winter hat es im kalender nicht mal geändert stimmt das hat sich dann auch nicht mehr richtig gelohnt weil es glaube ich erst eine stunde vorher war ich würde sagen wir gehen mal in die bastelhalle die sogenannte bastelhalle und wir fangen mal an zu basteln das kommt jetzt unerwartet aber genau das ist was wir tun werden und wir versuchen uns mal bei der proton wie gesagt also sowohl bei der zon als auch bei der proton so nah wie möglich am original zu halten also mit original bauteilen meine ich damit ein paar sachen muss ich improvisieren den stöpsel hier oben das spiel hatten wir schon habe ich das gespeichert irgendwie vielleicht habe ich ja gespeichert hatte ich das letzte mal gespeichert das sieht gar nicht so schlecht aus ja okay dann müssen wir den oberstufen kram nicht also diesen deckel da oben den habe ich ein bisschen improvisiert und ein fallschirm ist auch schon dran und irgendwo ist noch ein falsch ach so und ein ersatz fallschirm habe ich auch improvisiert genau das ist unsere sojus 7kl1 kapsel und dafür hatte ich jetzt noch einen decoupler gefunden und das müssen wir jetzt gleich noch mal testen mit einer simulation weil das hatte letztes mal ja ein bisschen probleme verursacht da fällt mir auch ein heat shield hilft total heat shield sojus heat shield und ich versuche jetzt noch mal in einem anfall von wahnsinn das ganze optisch vernünftig hin zu bekommen weil so würde ich persönlich nicht gerne zum mond fliegen so würde ich mich schon wohler fühlen deshalb ist das hier mal mein versuch damit umzugehen so gut und dann das ist bei ich weiß es nicht sojus wir suchen mal nach sojus bauteilen genau mein sojus service modul zack so und das wäre jetzt auch direkt mal der erste simulationsstatus mit dem wir hochgehen ins weltall also in einer simulation hochgehen ins weltall um einmal jetzt wartet jetzt machen wir noch direkt die solarpaneele ordentlich wenn wir das geld schon mal besorgt haben also wir haben ja jetzt ein bisschen kohle zusätzlich dann holen wir uns jetzt die linken und rechten solarpaneele und bauen die natürlich korrekt an wo ist ein links und rechts bei einer sojus ich würde mal versuchen vermuten das ist unten also dann ist hier links ich habe keinen schimmer das so richtig ist extend solarpanel so also linkes solarpanel von der bühre her so mittig sage ich jetzt mal so und rechtes solarpanel ist das ein linkes ja rechtes solarpanel ich klicke das auch erstmal dahin und extendes und es war natürlich super dass jedes solarpanel das ist gar konnte natürlich nicht einfach nur solarpaneele geben nein es musste ein linkes und ein rechtes solarpanel geben so habe ich das halbwegs symmetrisch angebracht ich glaube dass sie gut aus guck mal mit so mit so raumschiff mäßigen antennen nach vorne wie cool ist das denn so das hat uns jetzt auch nur 140.000 gekostet ich glaube cookie lacht schon wieder in sich rein dass wir hier eine achtelmillion plus für solarpaneele ausgeben aber die haben 12 milliarden watt strom also 600 watt strom pro stück das können wir dann schon mal testen gut und jetzt gehen wir damit einfach erstmal in die simulation und zwar in einem erd-orbit und testen lediglich die separation also da geht es mir jetzt wirklich nur darum dass wir das hinbekommen dass wir eine saubere separation der kapsel von dem orbit modul haben heißt das orbit modul ne service modul von dem service modul haben weil das hat letztes mal nicht so zuverlässig funktioniert wie ich mir das erträumt hatte das war so ein bisschen grenzwertig um es mal nett zu formulieren und das wäre ziemlich fatal glaube ich wenn wir zum mond fliegen und wieder eintritt machen und dann das teil an uns dran hängen bleibt das wäre nicht so schön so guck mal jetzt können wir mal jetzt können wir mal richtig pausen guck mal wie unglaublich sojus und mir vielen lieben dank für deine subscription dein drittes abo und folge drei monate schon dabei freut mich sehr freut mich dass dir immer noch so viel spaß macht dass du ein abo da lässt und nur für dich die kappling na gut und für den rest der zuguckt aber wir schauen jetzt mal Wie wir sehen funktioniert das so mittel mäßig gut Sind wir überhaupt irgendwie gelöst ne na doch wir kommen rausgefallen irgendwie mit ein bisschen roher gewalt Aber es ist noch nicht so wie ich mir die kappling vorstelle Das ist blöd also das ist noch nicht so okay die können wir direkt mal terminaten Okay die separation funktioniert noch nicht so wie gedacht Das ist ein bisschen ärgerlich muss ich tatsächlich sagen Woran könnte es liegen Wisst ihr was wir gehen mal noch mal hoch ich habe eine vermutung Was ist denn wenn wir die Thermalisolierung vorher abwerfen Ja raus wackeln Das würde ich gerne vermeiden das raus zu wackeln ich hätte das gerne ein bisschen verlässlicher Was wäre denn wenn wir die Thermalisolierung vorher abwerfen dann müsste doch unsere kapsel ein bisschen schmaler sein Und wir sollten besser ausgeworfen werden Wäre so meine vermutung dass es zumindest noch ein versuch wert dem wir schnell gehen können bevor wir anfangen rumzubasteln Weil vielleicht ist auch einfach meine reihenfolge wie ich dinge tue falsch So lass mal gucken So pass mal auf wir machen das hier weg Also Wir werfen diese thermal covers ab Und machen Dann Besser Aber nicht gut Oder Ne wir hängen immer noch dran Irgendwie der hitzeschild klemmt ein bisschen Ich habe so das gefühl dass der hitzeschild klemmt aber so kommen wir zumindest raus aber noch nicht so auf die art und weise wie ich mir das als verlässlich vorstelle Okay wir müssen ein bisschen Bisschen mit schieben Arbeiten glaube ich Das ist es noch nicht ganz noch nicht ganz aber wir sind auf einem guten weg dass So hinzubekommen wie ein echter die kappler funktionieren sollte So jetzt müssen wir mal schauen Ah wir könnten natürlich noch pass mal auf wir könnten doch noch sagen Schaut disabled Und Schaut Disabled So Was ist hier Hier ist Ah ne das ist ja nur das da Ah guck mal Shroud disabled Jetzt wird doch langsam ein Schuh draus Vielleicht hilft uns ja das Wenn das weg ist Plus Also ich möchte so lange wie möglich versuchen Den 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 decupler an der original position zu lassen weil dann schließt das raumschiff sehr also die kapsel sehr schön mit dem service modul das sieht optisch sehr schön aus Vielleicht das ist ja die shroud Die klemmt Da das ja immer nur ein paar hundert Rubel kostet das zu testen machen wir das auf jeden fall Um es raus zu finden Und Ungu Vielen Dank für dein follow und ganz viel spaß beim zugucken Ne der andere decupler hat auch so probleme gemacht Tatsächlich furzbacke wir hatten den anderen decupler ja und das ist dann der Sojus decupler der eher für sojus gedacht ist aber Ähnliches problem also wir gehen mal davon aus dass das eine gute idee ist die thermal covers zu entfernen Und Die kappe Ne Ist nicht besser geworden dadurch eher Schlechter Okay Ärgerlich das sind so die feinheiten Die sind natürlich Ärgerlich Nicht der decupler das heat shield Also das ist das sojus heat shield Das andere heat shield Die anderen heat shield passen Heat shields passen aber von der größe her nicht Ich brauche nämlich ein 2,2 meter heat shield Das lunar rated ist Und da habe ich exakt Dieses hier Ich kann mir ein 2 meter Lunar rated heat shield holen Aber Das wäre dann halt Nicht groß genug um die gesamte kapsel abzudecken Deshalb würde ich davon ausgehen dass wir Hemmungslos verglühen Wenn wir es damit probieren Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich In der hoffnung Dass das eine schlaue idee So jetzt hätten wir da zumindest was dazwischen Das sieht auch immer noch Ich sag mal vertretbar aus oder Ich finde so kann man zumindest noch darüber reden Dass das ein raumschiff ist Das aus einem guss hergestellt Wurden ist So Und AK Engelsee AK Engelsee AK Engelsee Sag ich jetzt einfach mal Vielen lieben Dank für dein Abo Und auch da schon der zweite Monat in Folge Freut mich dass es dir gefällt Und ja jetzt testen wir das nochmal Ich darf das nicht verschieben Na klar darf ich das verschieben Kann ja nichts dafür Wenn es nicht funktioniert Mit den Bauteilen Muss ja irgendwie Ein sauberes D-Coupling hinbekommen Weil ohne das Wird es ein schwieriger Flug Naja der Mond zum Andersrum Der Flug zum Mond Wird dadurch wahrscheinlich schwieriger Aber der Wiedereintritt Wird ein bisschen tödlicher Und das würde ich gerne vermeiden Ehrlich gesagt Sehr gerne sogar So Noch mal Gut Ich probiere es jetzt mal ohne die Terminal Covers zu entfernen Weil die sind ja jetzt weiter oben Ah Wie Zucker Sehr schön So hatte ich mir das vorgestellt Gut Sehr Sehr gut Dann können wir das nämlich auch beenden Okay Ich habe Also würde ich im Moment Davon ausgehen Dass ich vierstufig baue Und die erste und die zweite Stage tatsächlich Proton K artig baue Während ich die dritte und vierte Stage improvisiere So Um Sauber hinzukommen So 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 gut alles mal einpacken Sehr schön Brauchen wir noch irgendwas lustiges Haben wir irgendwas am Mond noch nicht gemacht Space Near Moon Äh ja Moon Moon schreibt man genau so Crew Report Space High over Moon Gravity Scan While in Space High over Moons North Pole Da werden wir nicht hinkommen Crew Report Okay Relativ viel Crew Reports Telemetrie Analyse Mhm Ja Space Near Mhm Okay Es sind hauptsächlich Crew Reports Und While Lended Okay Schön Dann Äh Brauchen wir glaube ich Nicht noch mehr Last mitnehmen Sondern leben jetzt erstmal damit Also jetzt kommt der improvisierte Teil Sag ich mal Ähm Wir müssen jetzt erstmal gucken Dass wir das Teil hier Zond ist es nicht Äh Gott sei Dank ist es nicht Über tausend Suchbegriffe aufgesplittet Ein Sojus R7 Adapter Das klingt schon mal nicht falsch Damit müssten wir ihn sauber Hm So klingt es falsch So Damit müssten wir ihn schon mal sauber rausbekommen Äh Und können dann Jetzt ist noch die Frage Wie macht man da Sojus Faring Wall Funktioniert das? Nope Welche funktioniert denn da? Larger Orbiter Models Das ist nicht Die hier ist glaube ich zu groß Oder? Oder war es die? Na? Ach die sieht gar nicht schlecht aus Die sieht gar nicht schlecht aus Das könnte unser Faring sein Ja Okay Faring Check Da müssen wir noch Ja Äh Auch das habe ich festgestellt Es gibt tatsächlich ein Sojus Launch Escape System Das habe ich leider noch nicht Ich habe mir ja eins Bei den Amerikanern bestellt Äh Ich habe keinen Schirm Ob es reicht Äh Muss man das irgendwie Noch abkoppelbar machen Wahrscheinlich Oder? Ne Es hat einen Deekubbler Äh Ja Also so würde das Prinzipiell aussehen Ähm Unser Launch Escape System Das wäre halt schon Ziemlich improvisiert Um es mal nett zu formulieren Die andere Alternative wäre Ähm Und das überlege ich jetzt fast Aus Optik und Aerodynamik Gründen Dass wir sagen Wir verzichten auf ein Launch Escape System Weil ich es schlicht und ergreifend Noch nicht habe Und wir nehmen auch nicht Dieses Faring hierher Sondern wir bauen jetzt Die erste Stufe hier drunter Und machen dann Unter die Äh Also die Entschuldigung Die vierte Stufe ist es dann Und machen Unter die Ähm Unter die vierte Stufe ein Payload Faring Um das Ganze sauber zu verpacken Weil ich habe ein paar Bedenken Also erstens Bin ich mir nicht sicher Ob das Mercury Launch Escape System Unsere riesen Kapsel Daraus gezogen bekommt Äh Zweitens Bin ich mir nicht sicher Ob aus Aerodynamik Gründen Solche Lufteinlässe In Raketen Ganz oben eine schlaue Idee sind Deshalb Äh Lasst uns doch In Ermangelung Eines vernünftigen Launch Escape Systems Was können wir hier tun? Oh Ah Das ist schon schön Ne? Ärgerlich Äh Pass mal auf Wir probieren das mal anders Also Wir machen ja jetzt mal einen Tank Drunter So Den machen wir mal so breit Wie dieses Teil hier ist Also Zweieinhalb Meter So Dann machen wir da Ein Service Module draus Das wird zu 100% Gefüllt Und ich sage jetzt einfach Wir machen es zwei Meter lang Da müssen wir gleich mal gucken Ähm Da brauchen wir dann Den einzigen Antrieb Den wir im Moment haben Der wieder zündbar ist Genau Der S1 5400 Der mit einer Wunderschönen Kombination aus Kerosin Und Liquid Oxygen Betrieben wird Und damit dann 8 Minuten 44 Läuft Das ist ein bisschen viel 4,20 Kann er ne? 4,10 Gehen Na Okay Zwei Sekunden drüber Das Risiko gehe ich ein Gut Dann brauchen wir Wie mache ich das Wie mache ich das Ideal Stunnet Wie mache ich das Wie klein kann man Runde Tanks machen Das habe ich mir jetzt Das gebe ich zu Das ist hemmungslos von Cookie Abgeguckt Es ist der Fillet Zylinder Nee Smooth Cone Zylinder Cone Ist doch der Fillet Zylinder Ah ja So wird ein Ball draus So wir machen Kleine Spritbälle Start Klar Abgeguckt Genau Definitiv Abgeguckt Nein aber da Viel Feind Viel Ehr Wenn man sich Was abguckt Darf man das auch mal Zugeben Das ist ja Keine Schande Sondern an meinen Augen Eher ein Kompliment An Cookie Dass er da eine gute Idee hatte Die ich ihr gerne Schamlos so übernehme Wo er sich auch gut Mitfühlen kann Falls es dann funktioniert Wenn nicht kann er sich Dafür schämen Dass er mich ins Verderben Geritten hat So dann haben wir hier Nämlich so kleine Bällchen Äh Die wir dann So ein ganz Kleines bisschen Einfach damit es Optisch vernünftig aussieht Ne die hängen dann Daher dran Und das werden Unsere Oh shit Ich muss jetzt alle Einzeln einstellen Oder Ne Muss ich nicht Sehr schön Oh Gott sei Dank Ähm Das wird mein Tank Für die Rafflesmall 007 014 0028 007 Genau Und da sind sie Ähm Für meine Für meine RCS Düsen Damit ich das Ding Hier oben unter Kontrolle Halten kann Zum Alligen Und so weiter So Die Dinger Stellen wir jetzt Auf die UDMH Plus NTO Kombination ein Und die sollten Dann hoffentlich Auch alle umgestellt Sein Aus Zack Jawohl Das sieht gut aus Und dann können wir Den Dingern hier Nämlich UDMH NTO Als Füllung Verpassen So Dann haben wir Nämlich 1,7 1,bla Ich habe keine Ahnung Ob das reicht Wir werden es sehen Ein bisschen Ein bisschen RCS Fuel Auf jeden Fall Dabei Und haben das Sogar noch Relativ elegant Verpackt Gut Ähm Jetzt machen wir Das Ganze mal Ne Halt ich wollte In die Richtung Plain white Die Proton K war nämlich Ziemlich weiß Also machen wir Das auch So Und jetzt machen wir Ein Payload Fairing Und dass der ganze Spaß drunter kommt Ah da muss ich Noch mal gucken Cookie du alter Klugscheißer Du bist doch hier Mr Mr Payload Wenn ich das so Anattache Dann löst sich das Doch oder Wenn ich jetzt Ein decouple mache Ich wollte noch mal Gefragt haben Das gefällt mir nicht Dass das ein Shroud hat Danke Das müsste ich Doch jetzt Lösen Stimmt man könnte Noch ein bisschen Mehr Bälle Machen Aber Ich kann auch Gleich noch mal Eine Simulation Machen Okay Genau das hat er Wieder nicht Getestet Ärgerlich Cookie Wofür bezahle ich Dich eigentlich Oh warte ich Bezahle ich gar Nicht Goldene Bälle Die Ferrero Rocher Rakete Sehr schön Gut kommen wir wieder Zum Ernst des Lebens Zurück Zwei Seiten Bla bla Und wir nehmen Natürlich eine Proton Two Teared Farring Wall In der Hoffnung Dass die jetzt Klappt Gott sei Dank Gott Sei Dank So jetzt schauen wir mal Ob es hier auch Sowas hübsches gibt Gibt es hier irgendwas Wird russisch drauf Nein Na gut dann nehmen wir das Weiße hier Gut Soviel zu dem Thema Ich würde sagen Das können wir jetzt Direkt mal Da war doch gerade Sojus Wo hast du denn Sojus gesehen Ehrlich jetzt Wann Wann hast du Sojus gesehen Welches ist deiner Meinung nach Sojus Cookie Na ja Jetzt ist das hier Wo du lang hingst War Sojus Visuelle Beschreibungen Würden mir sehr helfen Slash Ja Genau Es gibt einen Speziellen Hitzeschild Für die Sojus Nämlich den hier Den Sojus Heatshield Das ist der Den ich da angebaut Habe Das ist der Sojus Heatshield Den ich Über Dingsbums gemacht Hab Drei Luftlöcher unten Echt? Hat das Drei Luftlöcher? Den hier meinst du Na wenn du meinst Dass das Sojus ist Dann machen wir das mal so So Jetzt haben wir 4 Minuten 12 Mit 1851 Delta V Meine Begeisterung Hält sich ehrlich gesagt In Grenzen Das wird nämlich Ganz schön knapp Damit zum Mond zu fliegen Da brauchen wir Dann ein bisschen Bums in der Stufe Oben drüber noch Ne Du hast sie noch nicht Na wenn du das sagst Dann habe ich den noch nicht Dann habe ich den noch nicht So So Wie breit Machen wir das denn hier? Die Proton K Ist offiziell Offiziell 4,15 Meter breit Dann machen wir das doch mal Offiziell 4 Komma 1 5 So 4,15 Titel Hardcore Colonization Nö Eigentlich nicht Hat er das schon wieder Nicht Informationen aktualisiert Ich bin geschockt So Diameter 4 Komma 1 5 5 So Utilization 100% Das ist ein Fuselage Wie lange machen wir das? Ich würde jetzt mal sagen Wir gucken mal wie es mit 3 Metern so steht Und nehmen dann einfach 2nd Stage Engines Das müssten die sein 2nd Stage Jawohl Das 4th Stage Könnte man natürlich auch nehmen Sieht aber Also das Modell finde ich auch ganz fürchterlich Und ist auch ein bisschen groß Und ist auch ein bisschen groß Ich weiß nicht was uns der Erschaffer damit sagen wollte Finde ich nicht schön Finde ich nicht schön Deshalb probieren wir es mal über Die hier zu improvisieren So nehmen wir mal an Wir würden 2 nehmen Und hier Das entsprechende Gemisch einfüllen So die haben eine Laufzeit von 3 Minuten 58 Das heißt da können wir noch ein bisschen 3 Minuten 55 So Das ist doch schon mal eine Ansage Dann hätten wir hier 3 Minuten 55 Mit 5000 Delta Vs So jetzt muss ich hier Ein wildes Interstage Flaring dazwischen bauen Und dem Ganzen ein wenig Platz lassen 4,15 Und die Höhe ist Können wir gleich noch korrigieren So irgendwie Gut Mal gucken dass die nicht Zu nah aneinander sind Aber auch nicht zu weit Off-Center Warum ist jetzt in Stage 5 Das Delta V im Eimer Als Staging glaube ich kaputt ist Irgendwie ich muss das Staging Nachher noch einstellen So dann können wir das hier Ein bisschen kürzer gestalten Base So das sieht jetzt aber irgendwie ein bisschen komisch aus Fearing Auto Shape 4,1 5 So ich glaube so kann man damit arbeiten Sojus Proton Ich weiß es nicht Wir nehmen jetzt einfach Oh ne So viele nicht Fearing Notes 2 Zack Ran damit Das sieht gar nicht so schön aus Da muss ich gleich noch ein bisschen an der Textur arbeiten Also an der Größe der ganzen Geschichte 4,150 Also auf die 2nd und 1st Stage Zu sprechen In der Hoffnung Dass der Spaß Dann natürlich noch so funktioniert Jetzt kommt nämlich Als next Der Decoupler ist an der falschen Note platziert Das ist genau da jetzt wo er eben war oder So So Also Tank 4,15 Wie gesagt wir versuchen es jetzt mal so nah wie möglich dran zu halten Es kann jetzt natürlich sein Aufgrund dessen Dass wir Hier jetzt natürlich improvisiert haben mit den Upper Stages Die vermutlich schwerer geworden sind als das was die Proton eigentlich trägt Dass unsere 2nd Stage Recht erbärmlich werden wird von der Performance Dann müssen wir gleich mal sehen Was das bedeutet Also die 2nd Stage hat 4,15 Meter What? Durchmesser? Okay Und eine Länge von angeblich 14 Metern Das glaube ich irgendwie nicht Aber wir machen das jetzt mal Aber schauen wir mal wie es wirklich ist 14 Meter So Gott wird das Ding riesig Da kommt noch eine 21,2 Meter lange Stage Und die hat angeblich 4 Triebwerke Vom Typ RD-0210 Die haben wir auch Die hier nehme ich Davon also 4 Jetzt testen wir einfach mal was das bedeutet Ob die überhaupt genug Schub entwickeln Für diesen Spaß Weil das sieht echt schon irgendwie abgefahren groß aus 067 ist nicht ganz schlecht Aber jetzt seht ihr schon Guckt mal 3 Minuten 58 Burn Time Die hat aber 5 Minuten Und ein bisschen Das ist super Aber zu viel Da müssen wir ein bisschen zurückkürzen Wodurch wir leider auch nicht ganz so viel Schub aus dem Hobel rausbekommen Aber wir machen jetzt erstmal weiter 3 Minuten 58 auf die Sekunde genau Okay Check Dann hätten wir das Und das Ganze in weiß bitte So jetzt kommt wieder Interstage Fairing Zur Abwechslung Hatten wir ja lange nicht mehr Interstage Fairing Warum wackelt das so Habe ich eine unruhige Hand So 4,15 Und 4,15 Und wir hatten vorhin gesagt 3,3 Meter Also werden es hier wohl auch so grob 3,3 Meter sein So Jetzt bauen wir die Dinger hier wieder ran Zack Jetzt müssen wir aber aus der ersten Stage Obwohl ich muss aus der ersten Stage Keinen Orbit rausholen Mit meinem patentierten Startmanöver Kann ich natürlich wieder gewisse Vorbereitungen treffen Ah wird schon schief gehen ne Was soll der Geiz So Ne ich will doch nur 2 Thank you So Finif ist so ein typischer Aussie Ausdruck Das mag sein Ich bin nicht in der Position Das zu beurteilen Da ich betroffen bin So Gut Jetzt kommt der spannende Teil Jetzt kommt nämlich die First Stage Von der ich befürchte Dass die uns Trust Weight Ratio Technisch das Genick brechen wird Weil die einfach nicht genug Schwung aufbringt Mit dem was wir da unten drunter klatschen gleich Aber wir schauen mal Wir fangen einfach mal an Und dann sehen wir ja wo uns die Reise hinführt 4,15 Und ich mach die jetzt einfach mal profilaktisch Weiß ich nicht 14 Meter lang Lass es 15 sein So Oh Gott Zack Jetzt testen wir mal als erstes einfach nur ein ganz einfaches Prinzip Laut meiner schlauen Wikipedia Seite Hat die First Stage 6 RD253 Triebwerke Das sind die hier glaube ich Ja RD253 6 Stück Die tackern wir da jetzt einfach mal ran Wie gesagt ich weiß dass da noch Außenkanzel rankommen Es geht jetzt nur erstmal drum Nehmen wir mal an Wir würden dort genug Treibstoff einfüllen Um die Dinger so lange am Laufen zu halten wie sie laufen können Äh das waren was 2,28 Dann hätten wir so mittelprächtig viel Schub Und wir hätten insgesamt auch nur 11.600 Delta V Was nicht gut wäre Denn wir bräuchten so um die 13.000 Um das Baby zum Mond zu kriegen Okay Ich würde sagen ich probiere das über Gewichtsprobleme oben zu lösen Um unten mehr Schub rauszubekommen Äh Der Part muss weg Jawohl So Also Prinzipiell schöner Ansatz Aber Eins tut es wahrscheinlich auch So Mist jetzt muss ich das doch wieder anbauen Habe ich so das Gefühl Zack Und aufmachen So So Wir reduzieren jetzt mal das Gewicht der Oberstufe 3,58 Wir sind bei 7,51 Das heißt wir können drastische Länge reduzieren 3,58 0 So Dann haben wir hier oben nämlich immer noch 4.000 Delta V Ich glaube eben waren es 5.000 und ein bisschen Aber mit deutlich weniger Gewicht Was dann wiederum die Delta V der Stufe 1 tiefer ein bisschen erhöht Und So meine Raketentheoretische Super Theorie Jetzt geht er ran Dafür sorgt Dass wir hier unten mehr Bums rausbekommen Irgendwie nicht Immer noch 1,27 Eben hatten wir aber auch ein bisschen Noch ein bisschen weniger glaube ich Na gut Also die hat dann schon mal 0,93 3,58 Hier sind wir jetzt ein bisschen drüber Aber wir sind der Sache näher gekommen Wir sind jetzt bei 12 Ähm Okay Also erstmal müssen wir das Ding ein bisschen kürzer machen Angeblich hat das so 21,2 Meter Da halten wir uns doch einfach mal an die Vorgabe So Und wenn ich es richtig sehe Ist Komplett um die First Stage die Außentanks nochmal gelegt Richtig Sieht für mich so aus So Wir sind jetzt bei einer Minute 47 Ähm So Die machen wir jetzt mal 20 Meter lang Und Na das ist ein bisschen viel Ich versuche das gerade optisch so ein bisschen abzugleichen Ich glaube so dürfte es ganz gut sein Fusenage Zack So Ähm Ähm Gut Zack Ähm Ich würde es noch ein bisschen kürzen tatsächlich Nochmal einen Meter weg Dann sieht das mit der Spitze glaube ich originalgetreuer aus So Dann Ein Nose Cone drauf Ähm Diameter auf die richtige Breite Und theoretisch fehlen uns jetzt 2 Meter 10 Ungefähr 2 Meter 10 Und wir wollen eine etwas andere Form haben Jo die sieht gut aus Und wir nehmen die Plain Whites So Und Äh Ne wir müssen noch ein bisschen breiter werden Ist das jetzt too much oder Ne jetzt passt es richtig gut Sehr schön Dann rotieren wir das ganze Ding noch ein wenig Nur so ein bisschen Wir schieben das gleich noch ran Dass das Die richtige Optik übernimmt So Gut Das geht auch in Plain White Sehr schön Und dann kommt da ein Triebwerk ran Und ich hoffe das zerstört uns jetzt nicht den ganzen Plan Weil es plötzlich zu groß ist Sehr schön Gut geschätzt Gut und davon brauchen wir jetzt Äh Warte mal Treibstoff soll da auch noch rein Und davon brauchen wir jetzt Sechs Stück Zack Zack In der theoretischen Praxis So die müssen wir jetzt gleich noch reinschieben ein bisschen Aber Sollte uns dies jetzt Äh Ein bisschen länger wäre noch gar nicht schlecht Aber ist schon okay So Wir sind kurz davor Guckt mal Wir sind bei 12600 Delta V Das ist natürlich alles noch ein bisschen geschummelt Weil ich hier mehr Treibstoff drin habe Als die Dinger Burn Time haben Ich muss auf 228 runter Hoppla Genau und jetzt wäre einfach die Überlegung zu sagen Ich muss ja gewisse Modifikationen vornehmen Äh Hop Äh Oh Fab ist zu Ende Gut aber unten drunter arbeiten kann ich gerade noch Ähm Wir nehmen uns ein paar Zusatztriebwerke mit Um der Geschichte ein wenig mehr Bums zu verleihen Und ich würde mal sagen Wir probieren es mal mit 4 So Mal gucken was passiert Ist sogar ein bisschen zu viel Dann nehmen wir nur Aber wie viel Trust Wait 1 5 Und ein bisschen Trust Wait Ratio sieht ganz gut aus Aber ich schöpfe die Rakete nicht voll aus Dann können wir das Spiel ja noch ein bisschen 2,29 Sind wir eine Sekunde drüber Ist knapp 12 8 1 9 Aber Trust Wait Ratio C Level 1,3,3 Besonders schnell gehen wir nicht weg Wäre jetzt aber auch nicht der Riesen Stress Ist schon sehr improvisiert muss ich sagen Und gewichtstechnisch Hohoho Sowas von drüber Hervorragend Ich liebe es wenn die Rakete total drüber ist 1200 Tonnen Because of zu viel Gewicht Ich glaube das kann man schon mal so machen So jetzt gucken wir mal was das Staging dazu zu sagen hat Also das hier alles an Guter Ansatz erstmal Da ist noch ein bisschen was nicht ganz gerade So damit kann ich leben Und womit ich Ohne was ich nicht leben kann Wo sind meine Mini Flügelchen So viel Zeit muss sein Es gibt hier gewisse Grundsätze An die wir uns halten Das ist Ich muss dem Ganzen noch so meinen persönlichen Touch Mitgeben Und das sind nun mal So kleine Leitwerke So Ich bin nur 400 Tonnen drüber Ja die Original Proton Hat auch ein bisschen geilere Triebwerke Deshalb möge man mir verzeihen Ich überlege gerade tatsächlich Boostern wir das noch Boostern wir das nicht Ne machen wir nicht Verdammt ich habe auch keinen besseren Antrieb als das oder Habe ich irgendwas Wenn es schwerer ist Muss es besser sein Wartet Wartet Gut das sind die ganzen Spinner Und das ist amerikanische Technologie Ja gut das ist der gleiche in grün 1635 1635 Ja das ist der gleiche in Anderes Modell Ne das bringt uns nichts Ja hilft nichts Besser wird das nicht Lasst uns das Staging korrigieren Also wir starten mit Stage 1 10 Triebwerke anmachen Und hoffen und beten Dass nichts kaputt geht Sonst viele Probleme Dann machen wir hier Staging UF Rakete ab Antriebe an Das Ganze auch mit einer Trust Weight Ratio von immerhin 0,93 Das ist auch gar nicht so schlecht für die Upper Stage Also für die Second Stage So dann geht es weiter nach oben Im frohen Reigen auf diese Stage Mit diesem Decoupler Und diesem Triebwerk Wo wir uns dann geschmeidige 0,97 Trust Weight holen Das sieht auch gut aus Zwischendurch könnte man theoretisch mal das Fairing aufmachen Zack So wenn wir auf dieser Stage unterwegs sind Könnten wir zwischendrin RCS anmachen Wir könnten es aber auch potenziell Was ist da oben drin? Da oben drin ist unser Fünffach zu zündendes Triebwerk Die können wir auch dann anmachen Wenn es soweit ist So zack Zack Warte mal Zack 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 Ja Da kann es mit rein Dann haben wir nicht ganz so viele Stages Die wir zu verwalten haben So Was ist das? Das ist die Sojos Das ist nachher der Decoupler Das ist Was ist das? Ah, der Heatshield Ja, den würde ich gerne eine Weile behalten Das ist der Antrieb Glaube ich Okay, Fallschirme Zack Zack Okay Ich glaube so kann man damit arbeiten Das sind dann 12.847 Delta V Das ist in der Theorie In der blanken Theorie Ist das genug um es zu schaffen Denn Wir brauchen 12.660 Delta V Um Einen Mondinterzept zu fliegen Sagt die Delta V Karte Diese Delta V Karte Mit Diesem hochmotivierenden Background Übrigens Ähm 9400 Delta V Um In den Orbit zu kommen Und 3260 Delta V Um einen Moon Intercept zu fliegen Und Stilkiel Stilkial Vielen lieben Dank Für dein Follow Ganz viel Spaß beim Zugucken Und wenn ich das zusammenrechne Komme ich bei 12.660 Delta V raus So Ich wäre gerne losgeflogen Mit 13.000 Weil ich Mich kenne Und Ein bisschen Puffer Immer gut ist Aber das fällt natürlich In den klassischen Bereich Irgendwas ist ja immer Es würde theoretisch reichen Es wären sogar Knappe 200 Delta V Puffer In der Kiste drin Plus So ein bisschen was Was man aus den RCS Was dann noch rausquetschen kann So viel Theorie So Jetzt gucken wir mal Ob wir die überhaupt Irgendwie Aus der Hütte rausbekommen Jo Sieht gut aus Okay Die müssen wir nur einmal Durch betanken So Fertig Dann müssen wir die einmal Auf dem Launchpad Betanken Schmupp So Pumpe an Pumpe an Pumpe an Pumpe an Pumpe an So Das soll es gewesen sein Okay Apropos Essen Okay Das sieht auch gut aus Was Würde denn eine Simulation Mit diesem Ach du Scheiße Schon mal 3000 Kosten Und in der Atmosphäre Kostet uns Die Simulation 12.000 Pro Sekunde Äh Pro Minute Das heißt Wenn ich die Aufsetze Und nur eine Minute Teste Und damit habe ich noch nicht mal Das erste Staging durch Das erste Staging Kommt nach 2 Minuten 28 Also nehmen wir mal an Ich würde testen Bis auf die Second Stage Dann habe ich ausgegeben Für die Simulation Gute Also über 30.000 So Da die Rakete 32.000 kostet Also eine komplette Simulation durch Ist tatsächlich Wahrscheinlich teurer Als diese Rakete Einfach zu bauen Deshalb Vertrauen wir darauf Dass ich natürlich In meiner unfehlbaren Unfehlbarkeit Keine Fehler eingebaut habe Und starten Das Ding Einfach so wie es ist Gut Der ganze Spaß Dauert 93 Tage Das zu bauen Nochmal speichern Und Warum sind es jetzt So noch 11.726 Achso Weil ich Ja klingt logisch Ich habe Sprit rausgenommen Ignoriert mich Will ich noch Will ich noch Booster haben Für den initialen Schub Würde es das Irgendwie geiler machen Gebt mir nochmal einen kurzen Moment Ich muss Ich muss es prüfen Ich muss es prüfen Ob Booster Uns hier nochmal Den Tag Verschönern Äh Jo die Lounge Klemse Zur Kenntnis genommen Wie lang ist das Zäpfchen Eigentlich Das Zäpfchen Ist Offiziell 68,5 Meter hoch Zack Zack Wir haben ja So Irgendeine Boostersorte Hatte ich doch gekauft Die Castor 1 Solid Rocket Okay Nur mal für Spaß Wie der Herr Lesch Immer so schön sagt Nur mal für Spaß Gehen wir davon aus Dass wir mit Boosern fliegen Ähm Zack 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 So Das würde bedeuten Wir hätten 1,45 Beim Abheben Und würden Gewinnen 60, 70 Delta Wie Ne Macht die Rakete Komplexer Und Verdeckt Verdeckt Mein lustiges Mein lustiges Ne Die 50, 60 Delta Wie sind es Nicht wert Tatsächlich Ach Weniger sogar Eher so 40 Nope 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 Das macht die Komplexität höher Und bringt zu wenig Also da habe ich einfach noch Keine Booster Die potent genug sind So Ähm Einziger Haken an der Sache Wir gehen halt mit relativ niedriger Delta Wie an die Geschichte ran Äh Delta Wie sag ich schon Trust Weight Ratio An die Sache ran Aber irgendwas ist ja immer Okay Also wir bleiben dabei Wir fliegen es erstmal ohne Booster Und hoffen das Beste Die Trust Weight müsste sich relativ schnell Relativ gut entwickeln Save Und Sond1 Ist Vorbereitet Habe ich jetzt auf Bauen geklickt Ich habe keine Ahnung Ich drücke nochmal drauf Wenn nicht muss ich eine canceln So Gut Äh Freunde Das wird spannend Das Original Ja ich sag ja Das ist insgesamt ein bisschen größer geworden Aufgrund von schlechter Antriebstechnologie Ich arbeite tatsächlich dran Ähm Wie man gleich sehen kann Ist bei mir in Forschung Nämlich die Improved Stage Combustion Und mit der Improved Stage Combustion In 101 Tagen werde ich auch Zugang zum Block D Triebwerk bekommen Dann können wir beginnen sehr viel Oh oh die Flutwelle ist heute ein bisschen weiter weg Sehr viel näher an der echten Proton Car zu bauen Aber im Moment haben wir das noch nicht So ich hoffe dass an diesem Raumschiff alles funktioniert Sonst kenne ich zwei die einen echt beschissenen Tag haben werden So wir können jetzt noch mal gucken Dass wir das Thema hier Wie viel Zeit habe ich denn noch Bis ich es geschafft haben muss Ich habe noch 211 Tage Das heißt zwei Raketen ist kein Stress Add New Alarm Ich habe den Geostationary Dingsbums Netzwerk noch nicht drin So Aber jetzt ist es noch relativ billig Billig 83 plus 83 Dann sind wir bei 24 240 Okay ich nehme noch mal So Lieber jetzt investieren Als mich bei der letzten Rakete dumm und dämlich zahlen Also ich habe jetzt zweimal beschleunigt den ganzen Kram Mit rausrollen ist die dann in 80 Tagen auf jeden Fall unterwegs Das heißt wir können jetzt aber als nächstes zum Oh Spannung Spannung Freunde Der Marsländer kommt uns noch dazwischen Wir werden Marslandungen machen Freut ihr euch schon so wie ich? Ich freue mich Ich freue mich Ne da wollte ich nicht hin Ich wollte zur Tracking Station Wir werden zwischendurch noch Also entweder fatales Versagen der Mars-Sonde Oder eine Marslandung mit unserem Marslander Auf die ich mental überhaupt nicht vorbereitet bin Sehen Während diese Rakete baut So Wo ist der Marslander 2 Marslander 2 Da sehen wir ihn im Endanflug Mit einer Periopsis von 40 Kilometern Spannung, Spiel und Spaß So Ich glaube hier ist es am schönsten rein zu zoomen Ja sehr schön Die letzten Stunden Ich bin mal gespannt Aber das sieht nicht besonders gut aus Als ob unser Relay Trick funktioniert hat Ich befürchte Ich befürchte Der Relay Trick war nicht so besonders grandios Sieht hier zumindest nicht so aus Als ob wir noch Funkkontakt hätten Ich hatte ja hier eine Sonde platziert Na gut Die echt Weit weg ist So viel Abkürzung hat die nicht gegeben Mittelgut 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 Ich glaube nicht Dass die Antwort haben wird Aber wir gehen einfach mal hin und gucken Wir haben noch zwei Tage und ein bisschen In 19 Stunden müssen wir die Probe rausstellen Ich befürchte die wird kein Keine Funkverbindung haben Das heißt wir sind dann wahrscheinlich In knapp zwei Tagen Während Das ist aber cool Während die hier dann quasi Auf dem Mars landet Oder halt auch nicht Das werden wir dann sehen Ähm Discovery Nominal Mako Ohms 1 Not required Servus Vielen dem Dank Für leckere 100 Bits Und äh Was steht da drunter Der Mars rückt nahe Oh ja Ich befürchte Der rückt sogar sehr nahe Heute Wie gut es dann funktioniert Werden wir sehen Ja Keine Connection Oh Aber gut Ich hatte ja alles vorbereitet Dass das theoretisch Kein Problem sein sollte Weil Hier verschiedenste Dinge Darauf vorbereitet sind Also ich hatte ein Kommuneutron Was auch auf die Erde Ausgerichtet ist Eingestellt für Einen Tag nach einer Geglückten Landung ausfahren Und ich hatte ein Solarpanel eingestellt Für einen Tag nach einer Geglückten Landung ausfahren Wenn das also alles glückt Und da irgendwie Der zentrale Probe-Buddy Lebend unten ankommt Was ja die Hoffnung Der ganzen Aktion wäre Dann Haben wir vielleicht Nicht direkt Aber Lasst mich mal raten Wir sind jetzt hier außen Vielleicht so in einem halben Jahr Kontakt mit dem Mars Und wir haben noch zwei Jahre Zeit Für die Sachen Also mal gucken Könnt alles irgendwie noch hinhauen Muss aber nicht Gut Jetzt werden wir uns mal hier Glaub ich an das da ranzoomen Dann müssen wir doch noch mal Kurz nach Hause telefonieren Um die Zond 1 rauszuschieben Naja Mars ist deswegen hart Weil meine Antennen scheiße sind Also ich glaube mit besseren Antennen Wird das alles gar nicht mehr so schlimm Aber bis dahin ist noch ein bisschen Da muss ich noch ein bisschen forschen Und im Moment Machen wir das ja auch nur so als Ich sag mal Hobbybeschäftigung Um uns die Zeit zu vertreiben Während wir Mondtechnologie erforschen Oder Forschungspunkte zu sammeln Für Mondtechnologie Ein bisschen was geht noch So da kommt unser Alarm Dann springen wir jetzt gleich mal zurück Und rollen unsere Rakete raus So hier können wir jetzt aber noch Yes Thank you So Hier haben wir noch ein bisschen Zeit Wie lange noch? Ein Tag 11 Stunden Okay vielleicht Mal gucken wie lange das rausrollen dauert Äh Add Manöver Zack Dann haben wir das nämlich Als Warnung drin Gut Dann erstmal zurück zum Space Center Stimmt Sonden zum Mars schießen Auf jeden Fall ein besseres Hobby Als die Frau zum Mond Das kann ich sehr empfehlen Ich denke dem wird auch meine Frau zustimmen Das kann ich sehr empfehlen Das kann ich sehr empfehlen Äh ja Ähm Also das Wasser ist jetzt da Zwei Tage 15 Das heißt wir können uns tatsächlich zuerst mal Die Marslandung angucken Bevor wir Uns mit der Mond Mit dem Mond Mit dem Mondflyby Beschäftigen müssen Ich bin tatsächlich am überlegen Ob wir schon die zweite Rakete in Bau geben Das würde uns natürlich Zeit sparen Aber ich glaube ich starte Erstmal Um rauszufinden Um rauszufinden Ob die Rakete überhaupt funktioniert Jump to Ship Seid ihr so gespannt wie ich Ob das mit dem Mars funktioniert Also ich habe da nicht viel Hoffnung drin Muss ich rein Muss ich ganz ehrlich sagen Weil da müsste jetzt schon echt alles passen Also die Höhe müsste passen Der müsste sich sauber Drehen können wir ihn wahrscheinlich sogar Über die Mech-Jab-Manöver-Tools Weil ACS hatte ich angeschaltet Das müsste sogar noch gehen Dann müssten die Fallschirme Auf der richtigen Höhe Bei einer akzeptablen Geschwindigkeit deployen Dann darf nichts verglühen Und dann muss ich noch genug Sprit haben Um die Restgeschwindigkeit Falls noch welche vorhanden ist Wegzubremsen Bevor wir aufschlagen Also Schreiben wir mal noch kein Liebeslied Jetzt sage ich schon kein Siegeslied Auf diese Geschichte Wo ist denn der Mars? Mars? Hallo? Oh, hallo Mars Okay, wir haben noch ein bisschen zu tun So Stunde 30 haben wir noch Gut Ich glaube jetzt nähern wir uns langsam So, dass man das In diese Übersicht nehmen kann Ja, ich bin echt gespannt Ähm Was muss man denn für den Transmit Transmit Science Data From the Upper Atmosphere Okay Das werden wir jetzt schaffen Und ich nehme mir dann einfach Irgendein Experiment mit Von der Upper Atmosphere Ich hoffe, da gibt es dann Also ich hoffe, dass hier irgendwas kommt Wenn es hier nicht kommt Kann ich es nicht triggern Weil ich keine Funkverbindung habe Leider Verräterisches Mars Relay Verräterisches Na gut Ähm Ja, gut Also das Läuft darauf hinaus Strom haben wir noch genug Ich bin gespannt Ich bin sehr gespannt Oh Gott, das Ganze auch noch Im Dunkeln, ne Ja, wird ja Nicht so spannend für euch Lampen habe ich nicht Aber doch Das könnte noch Halbwegs gehen vom Licht Oh, jetzt ist irgendwas Komisches passiert Ja Da kommt Die Mars Atmosphäre Wie hoch war die noch mal? 100 Ne, 90 Oder sowas, ne 90 Dann haben wir noch ein bisschen So Ich muss gleich mal versuchen Zu identifizieren Wo vorne und wo hinten ist Da ist vorne, da ist hinten Könnt ihr das auch gut sehen Vor dem Nebel? Ich hoffe, das passt so Ich werde jetzt gleich mal Versuchen zu stabilisieren Die Probe Dass sie mit dem Heatshield Voran reingeht Hm So Warum ist der jetzt auf Surface umgesprungen? Das macht mir irgendwie Sorgen Gut, aber 40 Kilometer Höhe Na gut Ähm Mr.MechJab Smart Ass Surface Retro So Der bringt jetzt hoffentlich Nö, ist genau andersrum Surface Prograde Wir haben es ja immer noch 86 85 Delta Wie Entschuldigung Was kostet die Welt? Ne Was kostet die Welt? So Ich hoffe, das Ding bleibt dann stabil Ach, bei Atmosphere Und wir haben kein Experiment zur Auswahl Das sieht schon mal schlecht aus Für die Mars Atmospheric Pro Da müssen wir wohl im nächsten Launch Window Noch mal ran Dass wir auch direkt mal Anlegen können Wir wollen von Der Erde Mal wieder zum Mars fliegen Das wird reichlich knapp Na gut Schauen wir mal 86 Kilometer Höhe noch Ich nehme an Es wird gleich hässlich heiß werden So langsam bildet sich eine Atmosphäre Oh, sehr schön Es war einmal ein Fan von Raketen Der wollte zum roten Planeten Wenig Saft für den Funk Die Partei, die macht Stunk Dieser Spaß kostet zu viele Moneten Und uns in diesem Fall auch die Antenne Faszinierend finde ich jetzt noch mal Dass die Antenne kaputt gegangen ist Bevor uns das Solarpanel kaputt gegangen ist Interessant, interessant Ich habe ein bisschen Schiss Dass uns vor allen Dingen auch gleich mal die Was passiert denn, wenn ich so tue? Driftet ziemlich stark ab, ne? Obwohl es geht Okay, der hält ihn halbwegs vorne Okay, und wenn das Solarpanel gleich abfällt Müssten wir endgültig sauber im Wind liegen Okay, das heißt Ich kann mir den Treibstoff tatsächlich sparen Das ist doch schon mal gut zu wissen Okay, jetzt wird es spannend Jetzt seht ihr auch wieder was Ist das nicht schön? Ja, Stunde der Wahrheit Ah, Lowover Nein, das nutzt mir nichts Ich brauche Upper Atmosphäre Schade eigentlich Wir können es trotzdem alles mal speichern Jo, danke Solarpanel kaputt Das kam unerwartet Haha, not So, jetzt schauen wir mal Ob das Baby den Eintritt überlebt Wir sind gleich am kritischen Punkt Also am tiefsten Punkt angekommen 40 Kilometer Das ist noch Nicht mal in Orbit Was ist hier los? Können wir noch ein bisschen mehr bremsen, bitte? Das finde ich ein bisschen demotivierend gerade Aber wir haben noch eine halbe Minute Durch die Atmosphäre In der hoffentlich gebremst wird Mal gucken Sieht bisher okay aus Der Ablater lebt Der verbraucht sich noch nicht mal Okay Ich bin verblüfft Jetzt könnte es natürlich auch sein Dass ich dann natürlich ein bisschen zu konservativ war Und das gar nicht reicht Um Ein Wiedereintritt Also eine Landung zu erzeugen Es muss ja nur erstmal ein Orbit draus werden Dann wäre es schon Ja doch, dann wäre es immer noch kritisch Weil in Fragt mich nicht Einen Tag und neun Stunden Unser Solarpanel Wieder aufklappt Das wäre natürlich nicht so gut Wir steigen schon wieder, ne? Ja, wir sind schon über den toten Punkt drüber Oh, oh Damit würden meine Kalkulationen Natürlich nicht mehr hinhauen Jetzt schauen wir mal, was passiert Weil wir müssten in weniger als Also wenn noch ein Orbit passiert Müsste der kleiner werden Als ein Tag und neun Stunden Damit wir den Eintritt schaffen Bevor wir fürchterlich drauf gehen Und das Ja, wir sind noch relativ tief Aber hitzetechnisch sieht es gut aus Muss man mal dazu sagen Das sieht aus auf jeden Fall wie ein Orbit Also wir kriegen ein Catch Und jetzt kommt der spannende Part Yes Nee Doch, nee Nee, doch Doch, nee Sieben Tage, sechs Tage Komm schon, komm schon Du musst unter einen Tag und neun Stunden kommen Unter einen Tag und neun Stunden Bitte Sonst wird es schwierig Sonst verlieren wir unser Solarpanel Und die Antenne wahrscheinlich auch Also da haben wir einen Tag 13 Stunden, aber Ah, 50 Kilometer Das wird schon wieder dünner Aber noch bremsen wir Oh, das wird echt Das wird haarscharf Wenn das noch reicht Also ich glaube Das Kommuneutron Kriegen wir durch Stunde 13 Sollte hinhauen Dafür sind wir noch weit genug In der Atmosphäre Die Frage ist Reicht es für eine Stunde neun? Aber das könnte klappen Das könnte tatsächlich noch klappen Aber Haarscharf Leider kommt dann noch Ein Flyby an Phobos Und wir werden abgelenkt Oder irgendwie sowas Das ist tatsächlich Gar nicht so unwahrscheinlich Ne, doch Ist niedriger Okay, komm, 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 komm Stunde 10 Ah Die Atmosphäre wird immer dünner Wir könnten natürlich einfach ein bisschen bremsen Wenn wir scheiße sind Wartet mal Kann ich das nicht künstlich tun? Ah, Stunde 8 Hervorragend Okay Aber ich könnte auch Wartet mal Ich bin jetzt Ich bin Prograde ausgerichtet Richtig Das heißt Ich müsste mit N Bremsen können Ja Guck mal Ich kann mit ganz kleinen Schüben Ha, ha, ha Massiv die Zeit drücken Ha, ha, ha Sehr schön Stunde 7 Haben wir 2 Stunden Zeitpuffer Yes Und wir haben diesen Wiedereintritt überlebt Das heißt Der Wiedereintritt Wird wahrscheinlich Jetzt nicht das Problem Ein Tag 7 Stunden Jetzt wird er das zeitliche Problem Dass ich mich komplett mit meinem Wie seht denn ihr das? Machen wir Starten wir den Mondflug Ein paar Stunden später Weil ich muss den wahrscheinlich Eh Zeitraffern Auf eine günstige Position Zum Mond Weil dann würde ich sagen Wir lassen den jetzt einfach Rollout aufs Launchpad machen Und machen den Launch Ein bisschen später Nämlich wenn diese Mission Hier durch ist Und probieren diese Landung So Ne Da gönne ich mir noch Keinen hingewintert für Das ist noch nicht gelandet Das ist noch nicht gelandet Der Spaß So Ein Tag 6 Stunden Okay Ich sehe eine gewisse Mass-Tendenz Gucken wir es uns an Oder Was passiert Also haut hin Wir haben Die Periopsis In der Stunde 6 Wir haben eine Stunde 9 Bis das Panel aufgeht Das heißt Wir haben 3 Stunden Noch Differenz Das heißt Wir können jetzt mal Ach nee Ich bin immer noch In Atmosphäre Können wir nicht War doch höher als 90 Wie hoch ist diese blöde Atmosphäre gewesen 125 Jetzt sind wir raus Oder Ja Okay Freunde Okay Das hätte doch alles deutlich schlimmer sein können Ja Schön Nimm mit was wir kriegen können Jetzt kommt erst mal kurz der Hinweis dass unsere Zond 1 bereit ist das nehmen wir jetzt erst mal zur Kenntnis und verschwenden ein paar Stunden Zeit genau genommen nämlich zwei Stunden und Ein bisschen Bevor wir uns damit beschäftigen Da kommt Mars zweiter Anlauf 125 km Atmosphärenhöhe ich werde uns gleich wieder noch gerade ziehen in Richtung Atmosphäre Hitze Schild und so Wir haben ja diesmal auch gelernt wie es funktioniert also welche Richtung es ist Also 200 km Höhe haben wir noch surface velocity plus war es Sehr schön okay Puh Nächster Anlauf Oder zweiter Durchflug Ich bringe euch gleich wieder vor einen Nebel oder vor einen Horizont Ist da drüben irgendwo ein Nebel? Ja da ist ein Nebel So Da seht ihr die Probe im Anflug Gleiches Spiel nochmal Aber mit knapp 1000 Meter pro Sekunde weniger Vielversprechen Mal gucken ob es funktioniert Schlecht wäre es natürlich wenn es nicht reicht um uns reinzubremsen komplett Aber ich hoffe mal das Beste ehrlich gesagt Aber da haben wir jetzt auch keinen Einfluss mit Also doch ich kann ein bisschen mit den Manövertriebwerken unterstützen Aber schauen wir mal wie es sich so entwickelt So ich glaube das können wir auch ausmachen Wir sind sauber auf den Prograde ausgerichtet Den Rest müsste die Luftströmung machen So Freunde ihr dürft jetzt offiziell das Nägelkauen anfangen Wetten abschließen Schreiend im Kreisrennen Sowjethymden vorbereiten Knaller zur Seite legen Oder euch einfach nochmal euer Glas auffüllen Denn in relativ exakt 5 Kilometern Höhe Treffen wir das zweite Mal auf die Marsatmosphäre Und werden entweder Glorreich versagen Oder eine erfolgreiche Marslandung hinlegen Man darf gespannt sein Komme ich da irgendwie ran Experiments available right now Man kann die auch nicht nochmal auslösen Schade eigentlich Na gut das wäre jetzt auch zu einfach gewesen Oh wait Irgendwas komisches passiert Das ist nicht so gut Ich mach das mal schon gerne So in die Atmosphäre rein Thank you So Es wird gut gehen Arit Das hoffe ich auch Wir haben drei Stunden zwei Minuten noch Bevor unsere Gerätschaften sich öffnen Bei 70 Meter pro Sekunde werde ich mal Das SRS abschalten Dass wir noch ein bisschen Schub haben Um zu bremsen Weil theoretisch müssten wir dann langsam Im Windstrom liegen Hoffe ich zumindest 70 Meter pro Sekunde Ich mach aus Das sieht so mittelprächtig aus Wie weit dreht er Kommt er zurück? Ja er kommt zurück Okay Okay das ist vertretbar So die Apuapsis kommt runter Und wir haben noch nicht Die Peri erreicht Da geht noch ein bisschen was Sieht vielversprechend aus Sieht wirklich vielversprechend aus Gut wir treffen auch nicht Olympus Mons Ich erinnere mich da an eine etwas Fehlgeschlagene Marslande Simulation War das eine Simulation oder war das eine Probe? Ich glaube es war eine Simulation Wo wir natürlich exakt diesen Bekackten höchsten Berg Des verdammten Sonnensystems getroffen haben Guckt mal wer fast einen Phobos Flybar macht Nur fast aber fast 46 Minuten dran vorbei Ist gar nicht so weit ab Im Control Center halten alle still Genau die Stimmung ist wie eingefroren Keiner traut sich mehr sich zu bewegen So das Heatshield beginnt langsam Temperatur aufzubauen Wir sind übrigens echt ohne Applater Verbrauch Also das Heatshield wird scheinbar nicht heiß genug Um tatsächlich Applater zu verbrauchen Also Das ist schön finde ich Gucken wir mal Gucken wir mal wie Durchgang 2 so läuft Jetzt kommen wir Deutlich tiefer in die Atmosphäre rein Man merkt auch dass es mich jetzt Deutlich stärker abbremst Das sieht gut aus Also ich glaube Geschwindigkeit wird nicht das Problem Ist das die Erde Wer weiß das schon so genau Freunde ich bin ein bisschen aufgeregt Ein bisschen aufgeregt Ich habe noch 30 Sekunden bis zum tiefsten Punkt Und noch 9000 km Höhe Also auch noch zu groß Also falls wir noch eine Runde drehen Muss der jetzt unter 3 Stunden gehen Die Apo haben wir schon unter 3 Stunden Die Peri ist noch 11 Sekunden vor uns Aber ich glaube diesmal kommen wir tatsächlich rein Das schöne wäre trotzdem wenn wir die Peri übersteigen Weil dann hätten wir noch mal die Möglichkeit aufzusteigen In der Atmosphäre und würden wahrscheinlich mit einem flacheren Winkel reinkommen So Peri ist durch 4 Stunden 5 Minuten Wir haben aber noch einiges zu bremsen Wir müssen auf 3 Stunden runter Das kriegen wir auch hin Selbst wenn das jetzt nicht für einen Wiedereintritt klappt sofort Also ich glaube wir werden jetzt noch mal ein bisschen steigen Ich bin mir nicht sicher Ich bin mir nicht zu 100% sicher Ob wir schon komplett wieder eintreten Oder ob wir noch einen Durchgang machen Okay wir sind aber auf jeden Fall unter 3 Stunden Periopsis Das heißt selbst wenn wir noch einen Durchgang machen Wäre es immer noch Also wir haben Toleranz Um noch einen Durchgang zu fliegen Jetzt ist die Frage Ob es noch für einen Durchgang reicht Ich glaube aber fast Wir werden noch einen machen oder Auf was sind wir jetzt 41 Kilometer Obwohl wir bremsen noch sehr stark Na schauen wir mal Schauen wir mal Es hat bisher alles Alles was wichtig ist hat gehalten Ich würde mir wünschen Dass wir hier drüben wieder in die High Atmosphäre reingehen Das fände ich ziemlich gut Weil wir dann vielleicht eine Chance haben Noch ein Experiment rauszurotzen Dann könnten wir nämlich Falls wir die Landung überleben Das Upper Atmosphäre Also Atmospheric Probe Ding noch erledigen Es wäre nämlich schade Wenn uns das durch die Lappen geht Aber das hat echt noch Viel Platz bis die Apo Absis in der Atmosphäre ist Hat bisher gehalten Ja Ja hat bisher gehalten Triebwerke zur Unterstützung Schöne Idee Ich kann das natürlich ein bisschen provozieren Also ich zünde jetzt gerade Mal gucken Ob uns das Nah genug ran bringt Fehlt halt echt noch viel Ich muss auf 125 Also wir müssen noch 1000 Kilometer niedriger kommen Damit wir in der Atmosphäre bleiben Ja das wirkt aber gerade so Als ob es machbar wäre Es passiert ganz schön viel 50 Kilometer 900 Ich würde mal bis auf 50 Meter pro Sekunde Wäre ich bereit zu brennen Ja Da geht auf jeden Fall was Wir sind auf 53 Kilometer Für Das heißt Atmosphärendichte ist langsam weniger Hitzeschild ist auch nicht mehr das Problem Aber Wir haben noch 700 Kilometer über Also Apo Absis über Boden Mal gucken Also auch wenn ich gleich aufhöre zu brennen Sinkt ja noch ein bisschen Wir können natürlich auch noch weiter brennen An die 40 ran Das macht fast Sinn Weil noch eine Runde heißt Wir gehen da irgendwo im Dunkeln Am Arsch der Welt runter Während wir hier eine echt faire Chance bekommen Ich gucke jetzt erstmal was passiert Ich habe mal kurz aufgehört zu brennen Blauer Sonnenaufgang Wunderschön oder Ich liebe diesen Detailreichtum Dass sie an solche Kleinigkeiten Da auch gedacht haben Freunde Ich glaube ich werde tatsächlich jetzt noch mal weiter Also ich brenne jetzt noch mal weiter auf 40 Meter pro Sekunde runter Ich will uns Also ich glaube es wäre für alle Beteiligten schön Wenn wir auf der Tagseite runter gehen Und das stelle ich jetzt einfach mal Wir haben leider kaum noch Luftwiderstand Ich bin auch schon auf 65 Kilometer Höhe Ich weiß nicht ob ich es soweit noch gepresst bekomme Okay wisst ihr was Wir gehen jetzt auf Surface Velocity Minus Und ich zünde mal kurz die Triebwerke tatsächlich Auch wenn das nicht mehr besonders viel Bums ist Aber ich glaube die sind noch mal einen Ticken effizienter Als Die Ach ich kriege ihn nicht gedreht Shit Das verschwindet nur Energie Ich kriege ihn noch nicht gedreht Sorry Wir könnten natürlich hier Ein Radial-In-Manöver machen Naja Bringt uns auch nicht besonders viel Also ich habe einfach nicht genug Treibstoff Schade Aber gut wir fliegen jetzt sehr flach aus der Atmosphäre raus Das heißt wir werden noch lange Ach so der Geiz Ich gehe jetzt auf 30 runter Na dreht er sich jetzt? Ne Also ich versuche ihn jetzt so lange wie möglich flach in der Atmosphäre zu halten Damit wir so viel Bremswirkung wie möglich kriegen Und dann nehmen wir uns 30 Meter pro Sekunde auf Und hoffen das Beste Weil das würde zumindest heißen Dass wir irgendwo hier unten auch wieder Atmosphärenkontakt kriegen Was soll man das für uns bedeutet? Wahrscheinlich in finsterer Nacht zu landen Befürchte ich Aber die 30 Meter pro Sekunde hebe ich mir nur wirklich auf Also ich sage mal so 31 um noch zu drehen Gut Ich lasse es jetzt Dann können wir nämlich nochmal uns sauber auch auf die Atmosphäre ausrichten Und jetzt Harren wir mal der Dinge die da kommen Also wir haben ja zumindest mal wieder Licht Das ist doch schön Das Also Unsere APO-Aps Das sind 37 Minuten Hier hinten Stunde 14 Unser Solarpanel geht in 2 Stunden 52 auf Das heißt Das ist kein Stress Schauen wir mal Schauen wir mal Ich mache jetzt tatsächlich glaube ich mal ein bisschen Zeitraffer an Weil es sonst echt fade wird Weil wir so langsam aus der Atmosphäre rausgehen Also wir fliegen auf jeden Fall sehr schön flach über der Atmosphäre Und werden hoffentlich auch sehr schön flach reinkommen Werden wir sehen Wir haben da eh keinen Einfluss drauf Deshalb Ja Egal Wir können es nicht ändern Egal was passiert Aber was wir kriegen ist Ein Haufen schöne Aussichten auf den Mars So bei 125 Kilometer Ist wieder Weltall Und dann geht es nochmal hoch auf knapp 400 Kilometer Und dann beginnt auch gleich schon wieder der kontrollierte Absturz So sieht Mars aus Wenn man drüber fliegt So und jetzt geht es wieder abwärts Und ich denke wir werden in die Dunkelheit stürzen Schade Also der Plan im Hellen zu landen war ein guter Der leider nicht funktioniert hat Okay wir gucken mal ob er sich von alleine in Richtung Prograde brappelt Oder ob ich ihm gleich nochmal helfen muss Dafür hatte ich mir so ein Delta V aufgehoben Nee das zählt nicht als Fail Und nein da sitzt auch kein Pilot drin So da ist ein Prograde Wenn er sich den jetzt auch wiederholt Dann wäre das schon mal ganz schön Das sieht gut aus dass ich ihm nicht mal helfen muss Ja der findet alleine zum Prograde So Ich gehe auch sobald wir in die heiße Phase gehen Aus dem Zeitraffer raus Ja jetzt können wir nur hoffen dass wir nicht zu steil reinkommen Wir können uns die Surface Info mal mit anmachen Oh 10 Kilometer hoch Oh hier ist wieder irgendwie Highlands oder so Offiziell sind wir noch in den Midlands 10 Kilometer Höhe Das ist natürlich fatal Für die Für die Luftdichte Wir werden es sehen Wir werden es sehen Noch 75 Kilometer bis zum Boden Ja ich glaube diese 10 Kilometer Oder 8 Kilometer Ich glaube die können uns töten Ich glaube die können uns tatsächlich die Mission kosten Ungünstige Stelle Um runter zu kommen Weil das sind 10 weitere Kilometer Mit dickerer Atmosphäre Die wir zum Bremsen hätten normalerweise Und wenn es blöd läuft Sorgt das dafür dass unsere Bremsfallschirme auslösen Bevor sie safe sind Und dann werden sie abreißen Was schlicht und ergreifend dazu führt Dass wir drauf gehen werden Weil wir dann ziemlich ungebremst einschlagen Also der kritische Punkt wird Werden wir langsam genug Bevor der Boden kommt Sodass unsere coolen Kevlar Schirme Auslösen können Ich habe auch keine Ahnung Können wir überhaupt in die Info reingucken Ohne Funkverbindung Ne Ich habe auch keine Ahnung mehr Auf was ich die eingestellt habe Ich hoffe auf eine sinnvolle Höhe Ich hoffe möglichst knapp über dem Boden Ich denke mal so ab 40 Kilometer wird es interessant Oh 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 Low over Verdammt Ja okay Speichern Speichern Thank you Das ist ein Feature von MechJab Dass ich die zünden kann Ohne Funk Das ist quasi wie so ein kleiner Computer Der das für mich macht Weil ihm irgendjemand gesagt hat Dass er das irgendwann mal machen soll So jetzt Echte heiße Phase 29 Kilometer bis zum Boden Noch 3300 Meter pro Sekunde Ich hege Zweifel Ich hege starke Zweifel Aber gucken wir mal Vertical Speed sind fast 170 Meter pro Sekunde Also wir kommen auch schnell runter 25 Kilometer 25 Kilometer noch bis zum Boden Und immer noch sehr sehr schnell Ich glaube das wird nichts Ich glaube wir kommen zu schnell zu tief Außer wir kommen jetzt urplötzlich in Flachland Dann könnte uns das vielleicht einen Tag retten 29 ist immer noch echt schnell Ich habe so das Gefühl Das wird flacher Jetzt nicht mehr Und wo? Bisher? Schauen wir mal Ich habe so das Gefühl Dass das nicht so schnell runter zählt Wie das hier Als ob wir jetzt in eine flachere Gegend kommen Das kann aber natürlich auch sehr schnell wieder vorbei sein Wenn irgendwo ein Hügel kommt Wir sind bei 2,6 Fallschirme sind immer noch Im gefährlichen Bereich Und ich glaube spätestens bei 8000 5000 oder sowas werde ich die Fallschirme gesetzt haben Fallschirme sind noch nicht safe Auch nicht ansatzweise 2,3 Wir sind noch zu schnell Immer noch zu schnell 2,2 Noch 7,6 6,900 2,1 Fallschirme sind noch rot Da kommen die Fallschirme Und Fallschirme weg Ja das war es Das werden wir nicht überstehen Jetzt kommt gleich der Hauptschirm Immer noch rot 3000 Meter Ich denke jetzt kommt der Hauptschirm gleich Hauptschirm abgerissen 1,6 Ja Wird nichts So Da ist das Spiel hoffentlich auch wieder Es lädt zumindest gerade Dann gucken wir gleich mal Dass wir jetzt Unseren Start Hinbekommen Mit Yuri Gagarin Und Alexander Leonov Aber erstmal muss die Rakete noch betanken Und wir müssen mal gucken Wie wir einen guten Anflugwinkel zum Mond hinbekommen So Wir sind Hier so Der Mond Ist Da So Das heißt wir müssten irgendwo hier rüber rotieren Um dann unser Pikantes Startmanöver zu machen Ja das wird Eine spannende Geschichte glaube ich Ob das so alles funktioniert Wir werden noch eine kleine Escape Sequenz vorbereiten Für die ganze Geschichte Mein Mikro fiept Dass es jetzt nicht mehr fiept Normalerweise tut es der USB Reset Manchmal hat er das Aber danke fürs Bescheid sagen So Jetzt müssen wir mal eine schöne Stelle erwischen Wir sind relativ weit oben Da müssen wir echt Brutal nach unten fliegen Ich glaube aber so ist gut Sehr schön Okay wir starten dann also wieder Richtung Süden Versuchen diesen Flyby Dann hier hin zu bekommen Ist der gut genug? Ist das genug Abstand? Genug Winkel? Letztes Mal war ich ein bisschen kurz dran Ja müsste reichen Müsste reichen Wir haben sogar noch so ein bisschen Abenddämmerung für unseren Start Okay Surface Info brauchen wir nicht Delta V-Stats sind okay Die kann man immer mal brauchen Was wir jetzt noch brauchen Ist einmal Die Faltschirme hier vorbereiten So Und zwar möchte ich die alle Schön brav Für einen Abbruch vorbereiten Damit ich notfalls Notfalls die Möglichkeit habe hier Zu sagen danke Das reicht mir Ich möchte gerne Meine Meine Crew retten So jetzt ist die große Frage Ist das hier der Soyuz Decoupler? Heat Shield Zon Decoupler Okay das wäre dann also Decouple Arm Arm Und dann hoffen wir das Beste Wenn irgendwas schief geht Gut SRS an Vollschub ist drin Betankt sind wir Dann würde ich sagen Hilft alles nichts Wir versuchen zum Mond zu fliegen Und ein Flyby draus zu machen Mal gucken wie das so funktioniert Und wir haben einen Liftoff Für die Sond 1 In Richtung des Mondes Ich hoffe ihr könnt mich warum verstehen Ich verstehe mich selber zumindest Und wir sind zumindest noch nicht Abgestürzt Unsere Trust Rate Ratio Entwickelt sich auch ganz gut Und Shopping Wir können natürlich beginnen Die erste kleine Punkt Für den Ranty-Tür Okay da haben wir schon 1,6 Interest Rate Wir hängen uns in den ProBread rein Und Hoffen 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 Kann ich dazu jetzt auch nicht sagen Mal gucken was das wird Wenn nicht wird es ein schöner Ausflug In eine hohe Erdumlaufbahn Das kann ja auch mal ganz spannend sein Und damit unser erster Sojus Testflug Aber ich wäre natürlich schon relativ hoch erfreut Wenn wir das hinbekommen Dass das hier tatsächlich Ein Mondfly bei wird Ich bin gespannt Okay bis hier hin würde ich mal sagen Alles relativ nominal Wir haben Gut fahrt Ja Das ist so ein hoher Trust Rate muss ich sagen Das macht mir fast ein bisschen Angst Ich hoffe die drückt uns nicht zu sehr nachher Nicht dass wir irgendwie ins Tudeln kommen Oder sowas Das ist 1 Minute 20 noch auf dieser Stufe 24 Kilometer 24 Kilometer am Ampsis Also wir nehmen langsam fern auf Mal schauen Mal schauen was das wird Ich bin sehr sehr gespannt Ich bin sehr sehr gespannt Ah Sonne Sehr schön Okay 50 Sekunden noch 62 Kilometer Höhe 64, 65 Das wird Ich habe ein bisschen Schiss Dass der Gravity Turn zu wenig wird Mal schauen Augen 3200 Db Um von dort aus Richtung oben zu kommen Das ist okay Ich gehe jetzt ein bisschen um Ich werde mit den Törn ein bisschen stärker einleiten Ich hoffe das grillt uns nicht Das sieht aus Nase schön flach zum beschleunigen Höhe haben wir mehr als genug erstmal von Anfang genommen Okay in 8 Sekunden Stage Set auf Second Stage Und wir haben mit 2 Minuten ein bisschen Zeit um weiter zu beschleunigen Und Stage Set auf die zweite Stufe Abtrennung sieht gut aus Triebwerke sauber durchgezündet Wir sind auf Stage 2 Und wir machen das Fairing auf Sieht ebenfalls gut aus Sehr schön Okay Angleichen für den Orbit Und Dass wir sauber Keine großen Inclination Changes mehr einbauen Okay Bis hier hin Alles ganz gut Sieht jetzt natürlich ein bisschen eigenartig aus Mit diesem Etwas drüber hängenden Triebwerk Wir stellen uns einfach mal vor Dass hier eine Verbindungsstruktur dazwischen wäre Oder halt auch nicht So Gut 1,05 Trust Weight Sieht auch nicht völlig schlecht aus Ich glaub den Emergency Abort Kram können wir zumachen Dass da keine Unfälle passieren Puh Okay Also dafür dass es ungetestet war Läuft es bisher ganz gut Schauen wir mal welche Welche schlimmen Dinge wir uns da noch Ne das machen wir noch nicht Welche schlimmen Dinge wir uns da noch eingebrockt haben Muss man das eigentlich auf ein Ziel ausrichten? Ja Lasst uns doch die Erde ins Visier nehmen Schmuck So Auch wieder zu Genau Bisher eine gute Raketenkonstruktion Schauen wir mal Wir sind jetzt bei 2,6 2,8 noch in dieser Stufe drin 2,6 plus 2,8 3 im Sinn sind 5,000 300, 5,400 Okay dann gehen nochmal 2,000 Und ein bisschen aus der Knapp Mal gucken Ob das reicht Mal gucken Nein das habe ich tatsächlich nicht in den Taschenrechner eingetippt Das wäre wahrscheinlich schneller wie gern Und Ja dann mal Vielen lieben Dank an den Telestrial Und The Shrining Für eure Follows Vielen lieben Dank Und euch ganz viel Spaß Beim Zugucken Und willkommen Bei den Kerbonauten Ja Auf dem Weg zum Mond Hoffe ich Hoffe ich inständig Mal gucken Was wir draus machen können Ich glaube ich muss ein bisschen Hörpitchen gleich mal Damit wir Nicht zu Nah an die Abomapses kommen Ich will die ja Ein Stück rüber ziehen Und wir werden dann nochmal zurückfallen Ein bisschen Mit der Trust Wait Ich hoffe das passt so Jawohl Ist halbwegs stabil Also ganz leicht sinkt sie noch Mal gucken Kann hinnauen Muss aber nicht Kann hinnauen Muss aber nicht Ok, wir gehen auf den nächsten Stage-Zip zu, haben jetzt 37,5 Sekunden, 37,6, ich glaube auf dem Winkel bleiben wir jetzt erstmal einen kurzen Moment, 5000 Meter pro Sekunde haben wir drauf. Das heißt uns fehlen noch so 2500 jetzt im Orbit. Nächste Stage, sauber gesapt, sauber gezündet. Sehr gut, auch das sieht vernünftig aus. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Leute. Ein bisschen aufgeregt, mal gucken, was das so wird. 30 Grad sollte uns hoffentlich weit genug bremsen, dass wir über die Apo drüber gehen. So, wo sind wir? Wir sind hier. Ok, ich bräuchte noch ein bisschen mehr Puffer. Das war wirklich auf 30 Grad. Hochpitchen, ok, auf 30 Grad kriege ich ihn. Gib mir mal noch ein bisschen Höhe, weil ich muss jetzt gleich wieder die Apo-Apsis auf die richtige Stelle bringen, hoffentlich, oder auf die richtige Richtung. Wir sind relativ weit oben diesmal. Wir müssen viel Puffer aufbauen. Ok, 1000 Meter noch, 1700 Meter noch. Wenn ich die abziehe, haben wir noch knapp 3000 Meter im Tank. Offiziell brauchen wir 3260. Gucken wir mal, wie viel man da wirklich braucht. Wir müssen ja nur 5000 Kilometer oder so dran vorbei. Mal schauen. Ok, jetzt Vollgas. Das kann funktionieren. Also es wird super knapp vom Treibstoff her. Aber es kann funktionieren. Mal sehen. Mal sehen. Wird auf jeden Fall, glaube ich, unser spektakulärster Flug bisher. Oh, und ich hätte den Flight for Two Crew hätte ich annehmen können, ne? Naja, anderen Mal. Vielleicht müssen wir noch einen zweiten Versuch machen. Ok, hier kommt der Orbit. TM. Und jetzt können wir, glaube ich, beginnen, auf die Kacke zu hauen. Mit einem lustigen Manöver, um den ganzen Mist runter zu pitchen. Oh, da ist gar nicht mal so viel übrig, ne? Ich glaube nicht, das reicht. Aber schauen wir mal. So, wir gehen gleich auf die nächste Stage. Die können wir direkt durchseppen. Oh oh. Ich sehe hier ein Problem. Ok. Irgendwas stimmt nicht. Wir haben nicht sauber separated an der Stelle. Super. Hätte ich bloß mal meinen Decoupler dazwischen gebaut, wie ich es immer mache. Das ist ärgerlich. Ja gut, damit ist das Ding hier gescheitert. Aber wir haben immerhin den Speed Record von 9.000 Metern pro Sekunde mitgenommen. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Da sind wir am Decoupler hängen geblieben. Also da hätte ich einfach an dem Payload Fairing. Man könnte fast von amerikanischer Sabotage sprechen, weil ich den Cookie gefragt habe, ob es funktioniert. Aber es funktioniert überhaupt nicht. Da hat er mich reingeritten. Da hätte ich einen Decoupler dazwischen gebraucht noch. Leider. Leider, leider. Aber dann lasst uns das Raumschiff deployen wenigstens. So viel Spaß muss sein. Gucken wir mal, ob wir das... Warte mal, ich will nicht die benutzen. RCS disabled. So, jetzt stabilisieren wir das Raumschiffchen mal. Wie viel RCS habe ich mit... Oh, sehr gut. Das reicht eine Weile. Komm, hör mal aufzudrehen. Warte mal, wo hast du überall... Halt, 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 stopp. RCS, ach shit, ich habe das andere RCS abgeschaltet, ne? Ach, ärgerlich. Warum nimmt er denn die Rotation jetzt nicht raus? Das ist ja ganz eigenartig. Jetzt halt mal die Rotation bitte an. So, Rotation ist raus. Also, diese Rotation zumindest. Die andere hört auch gerade auf. So. Sehr schön. Okay, das haben wir. Gut, wie schlimm sieht es aus? Periapsel ist bei 244 Kilometer. Das sollten wir mit unserem Antrieb hinbekommen. Das heißt, wir können jetzt mal unsere Solarpaneele ausfahren und einen kleinen Testflug mit unserer Sojus-Kapsel machen. Extend Antenna. Gut, also, es war zumindest nicht umsonst. Wir haben einen Rekord geknackt. Das hat uns jetzt natürlich ein bisschen Zeit gekostet. Von daher war es gut, dass wir den Bau ein bisschen beschleunigt haben. So, jetzt können wir mal gucken, dass wir mal ins Tageslicht kommen mit unserer kleinen Sojus-Kapsel. Damit ihr die mal in voller Pracht bewundern könnt. Ah, da ist sie. Unsere Sojus-Kapsel im freien Flug über der Erde. Wenn es auch noch nicht zum Mond reicht, aber hey, wer hat das schon im ersten Anlauf geschafft? Aber zumindest kennen wir den Fehler. Und ich glaube, wir haben für den nächsten Anlauf die schöne Möglichkeit zu sagen, lasst mich mal gucken. In 22 Tagen kriegen wir Improved Stage Combustion. In 132 Tagen haben wir den Crude Lunar Flyby. Wir könnten probieren, das Block D-Triebwerk in Betrieb zu nehmen. Wieso müssen die jetzt verhungern? Nö, die kommen jetzt gleich nach Hause. Die fliegen wieder Eintritt. Die holen wir gleich nach Hause, wenn sie ihre Mission erledigt haben. Haben wir irgendwelche Sachen? 14 Tage schaffen sie nicht. Als Crew Record. Mars Atmospheric, Mars Landing, Geostationary. Nö. Okay, was ich jetzt einmal gucke, ist, ob wir den, wenn wir ein bisschen Glück haben, braucht vielleicht diese Two Crew Orbital Flight. Vielleicht braucht der ja kein New Vessel, dann war es gar nicht schlimm, dass ich den noch nicht angenommen habe. Dann können wir den noch nachziehen. Weil zufällig hätten wir Two Crew mal. Es würde sich ja anbieten. Orbital Flight with Two Crew. Launch ein new Vessel. Snap. Okay, und man muss auch in dem Orbit... Nee, man muss zwei verschiedene Orbits machen. Ja, gut, okay. Hilft uns jetzt nichts. Schade. Gut. Gut, gut, gut. Ja, aber mein Vorschlag wäre dann... Ich weiß gar nicht, ob das eine Eva kann. Ich hätte Schiss, es auszuprobieren. Wahrscheinlich müsste es das können. Was machen wir, wenn es schief geht? Wen sind wir bereit, dafür zu opfern? Tendenziell ist ja Alexei Leonov der Mann für die Evas. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also die späteren Kapseln sind auf jeden Fall darauf ausgelegt, weil ja für die Mondlandung geplant war, dass der, der landet, aussteigt, um umzusteigen. Ich vermisse hier nur gerade die Stelle mit der Tür, muss ich ehrlich sagen. Sieht alles so gut thermal verkleidet aus. Deshalb würde ich jetzt erst mal... Ja, da würde ich glaube ich auch erst mal eine Simulation ansetzen, um das zu prüfen, bevor wir drauf gehen. Wir müssen ja unsere Helden der Raumfahrt nicht umbringen. Gut, Fallschirme waren eingestellt. Die können wir schon mal scharf machen. Gut, und was wir jetzt machen, ist gleich ein lustiger Wiedereintrittstest. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf die APO-Absis hoch. Die ist ja mit 7,9... Also 7.900, also 8.000 Kilometer fast, ist sie auch gar nicht so niedrig. Schwupp. So. Wir wollen Retrograde gehen. Wir wollen das da haben. Und wir wollen dann unseren coolen Antrieb benutzen. Ist es nicht ein schönes Raumschiff? Es ist ein schönes Raumschiff. Es ist halt wirklich ein Raumschiff, ne? So, und jetzt werden wir hier mal nämlich gleich den... Ich habe gerade ein bisschen Schiss vorm Staging. Nicht, dass wir das Ding auch noch absprengen. Ich mache es mal über das hier. Activate Engine. So, und... Wee! So, und jetzt senken wir hier mal unsere... unsere Flughöhe auf... Ich weiß es nicht. Was ist eine schlaue Idee? Wahrscheinlich so... 40 Kilometer... für einen Wiedereintritt. Und probieren einfach mal, was passiert. Ähm, Etienne, ja. Der Start hat leider nicht so funktioniert, wie geklappt. Die letzte Stage hat sich tatsächlich nicht sauber separated. Ähm, weil ich die auf einem Payload-Fairing drauf hatte. Und kein Decoupler dazwischen. So. Bum, 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 bum. 40 Kilometer. Aber vielleicht machen wir auch noch über 50. Ach, was soll's? 40. Theoretisch müsste die Kapsel ja was abkönnen. Die hat ja ein Lunar-Rated Re-Entry Shield. Die muss ein bisschen... Das Boot muss das abkönnen. So. Gut. Äh, Bremsung eingeleitet. Leider natürlich auf der Nachtseite. Aber vielleicht kriegen wir ein bisschen Licht auf der Höhe sogar noch ab. Äh, nicht wirklich wahrscheinlich. Na gut. Man kann nicht immer alles haben. Gut, dann fliegen wir nochmal um die Erde drum. Weee, eine Runde drumrum. Sehr schön. Hier ist auch echt viel Strom drin in der Kapsel. Auch das ist gut. So. Und dann bereiten wir unsere Wiedereintrittsprozedur vor. Ah, Vorsicht Freunde. Ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Und zwar machen wir ein Decoupling von unserer Transportstage. Ah, guck mal, wie sauber und smooth das funktioniert hat. Äh, ich hab sogar noch ein bisschen RCS-Fuel übrig. Dann kommen gleich noch die Heatcovers weg. Das machen wir dann aber, nachdem wir durch die Hitze durch sind. Einfach damit die Fallschirme aufgehen können. Sonst ist das für die Fallschirme halt nicht so gut. Wenn da was davor liegt. Und wir müssen dann gleich nochmal uns ausrichten auf links. Und ich hoffe mal, dass das dann alles so funktioniert. Wie ich mir das denke. Also wir kommen mit knapp 9000 Metern pro Sekunde rein. Das wird spannend. Spannend und hoffentlich nicht tödlich. Ich glaube, jetzt ist prinzipiell ein guter Zeitpunkt darüber zu reden, dass wir Retrograde zeigen sollten. Jupp. Ne, Retrograde. Gut. Retrograde check. Gut. Sehr gut. Dann Turn Descent Mode on. Das hat bestimmt irgendein total dienstlichen Zweck. Also irgendwie scheint es den Schwerpunkt nach hier zu verlagern. Was, glaube ich, eine gute Sache ist. Dann geht das mehr nach vorne. Mal gucken, wenn ich den wieder aufmache. Schiebt es die Kamera wieder hoch. Also der Descent Mode scheint den Schwerpunkt hier hin zu verlagern. Das ist in Ordnung. Das freut mich. Das ist eine gute Maßnahme. Atmosphärenkontakt in wenigen Metern, glaube ich. Ja, vier Kilometer noch. Ne, ich glaube, ich habe das GeForce bei Kerbils gar nicht aktiv. Gucken wir mal, wie viel GeForce sich so entwickeln im Descent Mode. Und das Orbital-Modul fehlt nicht. Das Orbital-Modul war bei den ZONs für den Lunar Flyby tatsächlich nicht vorgesehen. Und zwar, um Gewicht zu sparen. Für spätere Missionen, wo man dann einen Mond-Orbit geplant hatte, war tatsächlich auch ein Orbital-Modul dabei. Aber in der ZON, also es ist nur unter ZON geflogen mit unbemannten Versuchen, wurde es tatsächlich reduziert auf die Return-Kapsel und das Service-Modul, eben um das Gewicht zu sparen, damit mit den vorhandenen Raketen, nämlich einer Proton-K, damals die Möglichkeit besteht, das bis zum Mond zu schießen. Sonst hätten sie es nicht geschafft. Das wäre zu viel Gewicht gewesen. Ist aber, wie gesagt, nur unbemannt geflogen. Kann man aber alles nachlesen. Und zwar suchst du da am besten bei Wikipedia mal nach der Sojus 7K L1. L1 ist der wichtige Part. Das ist die Lunar Flyby-Variante. Irgendwas ist explodiert. Irgendwas wackelt. Ganz komisch. Das ist bestimmt nicht gut, aber hey. So. Wieder Eintritt, Freunde. Hoffen wir das Beste. Der Hitzeschild glüht, Hitzeschild mäßig vor sich hin. Und verbraucht sich auch. Also prinzipiell tut er, was er soll. Wir halten uns theoretisch auch ohne RCS, aber hey. Wer bin ich, es auszumachen? Ich lasse es mal lieber an. GeForce jetzt bei 1,5 G. Gleich 2 G. Alles noch im wahrsten Sinne des Wortes im grünen Bereich. Okay, wir kommen heiß und hässlich rein. Selbst unsere kleine Spaßantenne scheint noch zu halten. Sieht soweit ganz gut aus. Der Blater verbraucht sich aber in einem überschaubaren Maß. Also theoretisch sollte der für ein Lunar Re-Entry ausreichen. 8.000 Meter, 57 Kilometer Höhe. Ich hoffe, wir landen nicht über Amerika oder sowas. Das wäre irgendwie peinlich. Wo sind wir eigentlich? Irgendwo zwischen Afrika und Europa. Zwischen Afrika und Asien. Na gut. Okay, bisher alles super. Wir nähern uns jetzt 3,5 G. Das ist auch noch fair. 7.000 Meter pro Sekunde noch. Wir sind relativ stabil zwischen 3 bis 4 G unterwegs im Moment. Ah, der Descent Mode. Und guck mal, wir steigen wieder. Ich glaube, das ist das, oder? Dass der uns so flach hält. Dass wir im Prinzip wie so ein Lifting Body unterwegs sind. Ich habe das schon mal gelesen, dass die Soyuz als so ein Lifting Body konzipiert ist teilweise. Das ist es dann wahrscheinlich. Guck mal, was für eine geile Gehlast... Das ist ja Rentnerfliegen. Yuri und Alexei wissen gar nicht, wie ihnen passiert. Die sind vorher immer mit diesen Super Saiyajin-Vostok-Kapseln abgeworfen worden. Die machen wahrscheinlich sich gerade einen Tee, während wir hier absteigen. Das ist ja lächerlich. Sozusagen lächerlich. Und ich glaube, das ist... Aber man kann es ganz schlecht sehen. Also hier ist irgendwie Indien, wenn ich es richtig identifiziere. Das ist aber auch schlecht zu erkennen. Also das hier sieht nach Afrika aus. Und ich glaube, hier müsste dann so ein bisschen Wasser sein. Weiß ich nicht, Arabischer Golf oder sowas. Hier oben irgendwo. Und das ist dann wahrscheinlich... Da ist Licht, also könnte Afrika noch sein. Oh, ist ganz schwer zu erkennen. Ganz, ganz schwer zu erkennen. Na gut. Das hat aber erschreckend gut funktioniert, muss ich sagen. Keine Gehbelastung. Also wir sind die ganze Zeit unter 5G geblieben bisher. Das sieht vielversprechend aus. Also dieser Decent Mode weiß mir zu gefallen. Also guck mal, weil er hält sich... Auch ohne RCS hält er sich über dem Retrograde. Und scheint dadurch so ein bisschen das aufzufangen. Und mit der Geschwindigkeit einfach einen Vorwärtsflug einzuleiten. Ja. Sehr cool. Aber ich glaube tatsächlich, dass das dieser Soyuz Descent Mode ist. Oder Descent Mode. Ich würde ihn jetzt mal ausschalten. Ich glaube, den Zweck, den er... Ach, guck mal, sieht er? Und schwupp. Fallen wir auf den Retrograde drauf. Das ist ja witzig. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Das können wir uns echt zunutze machen. Das heißt nämlich, dass wir dann bei einem Reentry vom Mond aus auch wieder so die, schauen wir mal, 40 Kilometer anpeilen können. Und dann nehmen wir einfach den Descent Mode, um das abzuflachen. Dass es uns halt nicht zermatscht in der Kapsel. Weil auch wenn ich das nicht eingeschaltet habe, habe ich jetzt kein gesteigertes Interesse daran, mit 20 G durch die Atmosphäre zu gehen. Ja, Spannung, 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 Spannung. So, jetzt kommen wir wieder runter. Jetzt müsste es auch mal sowas wie G-Belastung geben. Und jetzt schauen wir mal, ob die Theorie stimmt. Jetzt fallen wir ja relativ stark. Und kriegen auch G-Belastung. Ah ja, und der scheint in die Richtung zu drehen. Wo? Gibt es da irgendeinen Anhaltspunkt, wohin der dreht? Warum? Ah, der dreht sich von alleine hoch. Ja, wie cool ist das denn? Guck mal, der richtet sich auch auf. Also ich habe keinen RCS mehr, dass das tun könnte. Das ist ja... Ah, guck mal, hier ist irgend so ein Blech oder sowas. Ja, jetzt gibt es aber ein bisschen mehr G aufs Gesicht. Ich glaube, das reicht jetzt einfach nicht mehr. Ich mache es mal aus. Schwupp. 6 G. Okay, zum Schluss gibt es dann doch nochmal ordentlich vor das Gesicht. Aber bei weitem nicht mehr so schlimm wie sonst. 7 G. Na, knappe 8 G. Und wir sind durchs Schlimmste durch. G-Kraft stabilisiert sich. Also, wir sind kurzzeitig auf 8 G bei dem Wiedereintritt hochgetüdelt. Haben aber den hässlichen Teil des Wiedereintritts tatsächlich mit so 3 bis 4 G verbracht. So, und jetzt würde ich nämlich mal sagen, remove Termal Covers. Dass die jetzt irgendwie so weggeschmissen werden. Das ist zwar nicht besonders hübsch, aber... Sonst kommt der Fallschirm halt nicht raus. Weil da ein Termal Cover drüber ist. Und ohne Fallschirm wird das immer ein bisschen peinlich. Ach, guck, da ist so Metallkasten-Dings. Genau. Das ist ein Fachwort. Ähnlich wie Nupsi zu verwenden. So, zack. Das kann aus. Das kann aus. Also, wir spinnen jetzt so ein bisschen. Keine Ahnung, ob das muss oder nicht. Mech Jam Surface Info. Ich habe da ja noch so eine Art... Antrieb, sage ich jetzt mal. Hier. Den können wir ja kurz vorher mal zünden. Ach nee, ist leer. Ich habe keinen Antrieb mehr. Das habe ich gerade für die Manöverdüsen verbraucht. Okay. Auch gut zu wissen. Also, dieser Bremsantrieb für ich möchte nicht aufschlagen wie ein Stein. ist, mit dem gleichen Treibstoff zu betreiben wie die ACS-Düsen. Aber jetzt wissen wir ja, dass der Descent Mode funktioniert. Sehr gut. Sehr gut. Okay, wir haben jetzt ein bisschen Zeit mit dem Abstieg. Wie seht ihr denn das? Wollen wir die... 24 Tage, 22 Tage, 22 Tage nach vorne spulen, um uns das Block D-Triebwerk zu holen? Heißt natürlich auch, dass der nächste Anlauf in der Upper Stage potenziell fehleranfällig ist. Und wir müssen mal gucken, wie viel das Block D-Triebwerk kostet. Aber es würde uns das vorgesehene Triebwerk verschaffen. Nämlich den Block D. Okay, so kommen jetzt irgendwann auch meine Fallschirme raus. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen hier irgendwie. Okay, da kommt ein Fallschirm. Da kommt noch ein Fallschirm. Und... Ist es das schon? Da kommt der Main Shoot. Sehr schön, okay. Ich glaube, damit können wir den hier... Disarmen. Das ist ja nur der Ersatzschirm. Den brauchen wir dann gar nicht. So. Heatshield kann weg. Das lief doch erschreckend zivilisiert. Warum greift uns unser Heatshield gerade von unten an? Gut, ich mache mal ein bisschen Zeit drauf herein. Also die Frage ist jetzt einfach, wie gehen wir damit um? Machen wir... Nehmen wir den Block D. Das würde der Sache natürlich realistisch näher kommen. Würde eine Neukonzeption... ...der Rakete verursachen. Allerdings finde ich die auch gar nicht so brillant, wie sie jetzt gerade ist. Ich würde schon gerne ein bisschen näher an die Proton K rangehen. Und dann hätten wir die korrekte Upper Stage und könnten tatsächlich damit arbeiten. Und ich kann ein bisschen Forschungsgeld reinstecken, falls ich nach dem Kaufen noch Geld habe. Um das aufzufangen. Und je nachdem, wie teuer dieses Bauteil ist, hätte ich dann zwei Anläufe noch wahrscheinlich, bevor mir die Zeit zwischen den Fingern wegrinnt. So, 1600 Meter noch. Ne, halt. Falsch gelesen. Doch. Warum steht da Kilometer? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das sind natürlich Meter, nehme ich mal ganz stark an. Ich hoffe nicht, dass wir noch 1400 Kilometer hoch sind. Ach, 1 Komma. Das stimmt, das ist ja ein Komma im Amerikanischen. Verrückte Amerikaner. Mit ihrem Zahlenzeug. Okay, aber das Raumschiff hat sich schon mal bewährt. Also das Raumschiff sieht gut aus. Ja, ja, ich muss die Rakete sowieso umbauen, das stimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob sicher die richtige Wahl ist, weil ich würde mal eine Zweitvariante der Rakete bauen. Ich will einfach mal gucken, wie viel Leistung ich mit dem Block D rausbekomme, weil das natürlich ein fortschrittlicheres Triebwerk ist. So, jetzt kommen wir zur Landung, was eine deutlich höhere Effizienz mitbringt und uns damit eventuell etwas smoother zum Mond bringen kann. Weil jetzt ist das halt alles ganz schön auf Kante gestrickt. Also auch ohne den Fehler wäre das knapp geworden. So, aber jetzt kommen wir erstmal zu der guten Nachricht. Alle sind sicher wieder zu Hause. Oh Gott. So ein Terror. Lasst uns die 22 Tage nach vorne zappen. Wir gucken uns das mal an. Dann haben wir immer noch 111 Tage Zeit. Das heißt, mit Geld draufschmeißen. Ich gucke aber vorher einmal nach, was das... Weil wenn das Triebwerk jetzt irgendwie 300.000 kostet, dann können wir es vergessen. Aber ich hoffe ja, das hält sich irgendwie im Rahmen. 36.000. Kann man schon machen, finde ich. Aber ist das das? Block D11S824. Nee, das ist es nicht. Also hier steht in der Third Stage, dass ich ein RD-0212 benutze. RD-0212. RD-473. Besteht aus einem RD-0... Ja. Es ist ein anderer Motor. Das ist ein anderer Block D, Freunde. Das hat nämlich viel zu viel, viel zu wenig Schub. Aber relativ hohe... Staged Combustion. Was haben wir hier? 338 ISP. Hat aber auch relativ wenig Schub. So, 63,7. 51,79. Hat aber dafür höheren... Höheren... Höheren Weckung-Kraum... Höhere... Höhere ISP. Wenn auch nur ein bisschen. Ach, jetzt bin mir unsicher, ob das lohnt, da drauf zu warten. Hm. 11,8 Tonnen. What? 0,15 Tonnen. Was stimmt denn hier nicht? Ach so, da ist ein Fuel-Tank schon mit dran. Alles klar. Okay, das erklärt so einiges. Ja, ja, ich schaue schon bei Weckum. Äh... 600 Sekunden Brennzeit. 250 Sekunden Brennzeit. Da geht natürlich einiges mehr mit 600 Sekunden Brennzeit, ne? RD58 ist das in Wirklichkeit. Okay. RD58. Bop, 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 bop. Ah, das ist der Block... Die Block D-Stage der N1-Rocket. Derivate davon werden für die Upper Stages an manchen... Auf manchen Proton-Raketen und manchen Zenit-Raketen benutzt. Okay. Also das Ding ist eigentlich für die N1 gedacht. Die 600 Sekunden Brennzeit sprechen mich halt enorm an. Ich meine, das sind 10 Minuten Brennzeit. Damit kann man echt weit fliegen. Wisst ihr was? Wir ziehen das jetzt mal durch. Die 22 Tage opfer ich jetzt. Ich will's wissen. Tut mir leid. Ich weiß, das setzt uns einem gewissen Risiko aus. Geht uns irgendwas durch die Lappen? Nee. Ich will's wissen. Ich will wissen, was ich da rausholen kann. Das könnte eine gute Lösung sein. Könnte auch eine total beschissene Lösung sein. Aber das werden wir dann sehen. Weil mit der Leistung und 600 Sekunden Brennzeit müsste das theoretisch echt krasse Delta-V-Werte erlauben. Also verglichen mit dem anderen Triebwerk. Aber das finden wir jetzt raus. Oh, da wollte ich nicht hin. Ah, doch. Da wollte ich auch irgendwie hin. Was fehlt uns da noch? Was ist das für uns? Mmh. Da ist was Russisches draufgeschrieben. Ich mag es. Da fehlt uns aber Advanced Construction. Na gut. Gut. Lasst uns basteln gehen. Also. In der jetzigen Variante. Jetzt testen wir nur mal die Upper Stage im Vergleich. Ich nehme mir schon mal was zum Notieren. Da fangen wir jetzt zumindest mal an zu Ingenieren. Gucken, wie weit wir mit dem Spaß noch kommen. Also. Wir haben die Zond 1. So. Unsere völlig übertriebene Mondrakete. Mit insgesamt. Was hat die? 12.8 oder sowas. So. Und da haben wir das hier dran. So. Zack. Das ist ja der Teil, über den wir sprechen. Letztendlich. So. Der ganze Spaß hier hat mit einer Maximalbrennzeit von 4 Minuten 10. Also wenn wir jetzt auch mal realistisch im Limit arbeiten. Das sind 1961 Delta V. So. 1961 Meter pro Sekunde. So. Jetzt kaufen wir uns mal diesen Block D. Ich meine, früher oder später macht es wahrscheinlich sowieso Sinn, sich das mal zu kaufen. Also können wir es auch jetzt kaufen. Jetzt muss ich es noch finden. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn hingepackt, das Ding? Faszinierend. Also ich habe keine Ahnung. Achso. Entschuldigung. Das sind Tanks. Keine Ahnung, wo es hier ist. Seht ihr das gerade? Irgendwie habe ich gerade Tomaten auf den Augen. Na gut, aber wenn man danach sucht, findet man es. Ich hoffe, das bringt uns vorwärts. So. Also 1961 Delta V in dem Teil. Gut, wobei man fair sein muss. Wir machen jetzt mal wirklich einen Nacktansatz. Ähm, 1974 Meter pro Sekunde. So. Jetzt nehmen wir das mal ab. Und nehmen wir uns mal das hier. Ich hatte irgendwas ähnliches befürchtet. Ist auf jeden Fall schon mal schön groß. Sieht aber auch optisch so aus, als ob das zueinander passen könnte. So. Zehn Minuten Burn Time. Okay. Alter. Das ist noch nicht mal ausgereizt. Das ist Sprit-technisch noch nicht mal ausgereizt. Also ist das noch nicht mal ausgereizt. Weil, ach, da ist sogar noch RCS mit dran abgefahren. Also da können wir sogar noch drei Minuten Burn Time rausholen. Das hat schon, das hat 3000 Meter pro Sekunde. Not bad. Aber jetzt haben wir, was ich mir jetzt nicht gemerkt habe, ist natürlich okay, aber 3000 Meter pro Sekunde ist letzten Endes auch kurz egal. Also das hat jetzt erstmal in der Basis-Konfiguration, ohne was weiteres, 3059 Meter pro Sekunde bei einer Gesamtmasse von 17,06 Tonnen. So, jetzt laden wir nochmal den Zond 1. Das ist alles weg. Ich befürchte halt, dass das Gewicht deutlich höher sein wird. Aber, schauen wir mal heran. Zack. Obwohl, da bei dem anderen ist das RCS-System halt auch schon mal drin. 10,7 Tonnen. 10,7 Tonnen. Okay, also es hat 1974 bei 10,73 Tonnen. Alles klar. Das erklärt es zumindest ein Stück weit. Jetzt ist halt noch die Frage, wie kann ich hier... Mehr Sprit reinpacken. Wie kann ich hier mehr Sprit reinpacken? Weil ich würde ja schon gerne die... Wenn das 10 Minuten Brennzeit hat... Jemand eine schlaue Idee, das könnte man da reinpacken. Kann man da einfach Tanks reinlegen. Wäre natürlich witzig. Ist das so gedacht? Weiß ich nicht, wer... Wer baut denn solche Klammern? Tank-Type-Service-Modul. Äh... Kerosin-Liquid-Oxygen. Also in der Theorie könnte man, wenn das dafür gedacht ist... Damit echt abgefahrene Scheiß machen. So... Ich weiß nicht, ob diese Halterungen dafür da sind, um mehr Tanks ranzubauen. Aber irgendwie muss man ja da mehr Kerosin reinbekommen. Oder ranbekommen. Damit man das Triebwerk auch ausreizt. Dann hätten wir 3.700. Also man kann da nochmal 700 Delta-V rausholen. Dann wiegt es aber auch schon 22 Tonnen. Ganz ehrlich... Selbst so, wenn man das hier in den Orbit hochgeschoben bekommt, sinnvoll. Da geht echt einiges, ne? Ich will das mal kurz Probe fliegen im Orbit. Okay, 390 Kosten plus 81 pro Minute. Das kann man mal simulieren. Das will ich mal sehen. Achso, dann können wir gleich die Eva testen, ob das funktioniert. Ich bin ja mal gespannt. Stimmt, fairing kann tatsächlich interessant werden. Mal gucken. Eins nach dem anderen. Immer erst mal ein Problem lösen. So, jetzt ab in den Orbit. Und Gott sei Dank auch mit Licht. Das ist doch schon mal schön. Also ist RCS hier an. Ja. Okay. Dann mach doch mal RCS in Richtung Prograde. Moment. Coole Sache das. Vielleicht machen wir RCS hier vorne so lange mal aus. Cool. Der Gimbal wirkt nicht so, ne? Ich glaub das ist der Haken an der Sache wahrscheinlich. Der braucht sein RCS um auf kurz zu bleiben. Okay, das erklärt warum er eingebautes RCS hat. Hm. Okay, 5 Zündungen. 3059 Delta V. Plus nochmal die 290 Delta V. Das wäre in der Kalkulation genau die 3260, die wir brauchen. Plus ein bisschen Toleranzmasse um zum Mond zu kommen. Ich glaub wir sollten es probieren. Das sieht doch irgendwie abgefahren russisch aus. Ich hab keine Ahnung was diese Halterungen da sein sollen. Welchen dienstlichen Zweck die erfüllen. Und ich muss zugeben das ist mir auch ein bisschen egal. Das ist ein cooles Stück Hardware muss ich sagen. Naja, aber es hat auch ordentlich RCS-Fuel, ne? Also. 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 Das frisst tatsächlich erschränkend viel. Wenn es gar keinen Gimbal hat könnte es ein Problem werden. Also. 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 Wir probieren mal was. Wir fliegen das jetzt mal. Bis wir tatsächlich ausgebrannt haben. Einfach um auch mal zu gucken wie weit wir aus einer Erdumlaufbahn mit dem Triebwerk kommen. Das sieht ja gar nicht schlecht aus. So. Dann wird hier gleich Ende sein. Noch nicht. So. 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 Also. Wir kriegen knapp 1000. Wir sind 300 Delta V rausgepresst, bevor uns das RCS-Fuel ausgeht. Dann können wir aber über die Kapsel gegensteuern. Da wird es dann wichtig, dass wir das am Anfang deaktivieren. Ich will nur mal gucken, ob wir mit dem RCS-Fuel durch die Brennzeit kommen und uns auf Kurs halten können. Wenn uns vorher das RCS ausgeht, ist es keine gute Idee. Und da die Simulation jetzt gerade sehr billig ist, lassen wir den mal so weit wie möglich durchbrennen. Falls jetzt vorher ausfällt, ist es halt so. Das sieht doch mal gut aus. Das sieht so aus. Zwei Minuten noch, dass wir uns echt halten können. Da kommen wir mit durch. Da kommen wir mit durch. Jetzt ist die nächste Frage. Kommen wir damit auch bis zum Mond? Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Was fühlt sich aus? Da fehlen auch keine Unmengen, ne? Gucken gleich mal, wie viel Delta V fehlen. Das sieht relativ gut aus. Da fehlt nicht viel. Okay, was fehlt da? ZS-Tag, äh, was ist denn da jetzt passiert? Okay, ich bin halt abgefahren, was auch immer ich gerade gemacht habe, aber irgendein... Hä? Was tut der denn hier? Dort? Und, äh, nochmal... Da passiert irgendwas total abgedrehtes. Ich hab keine Ahnung. Okay, können wir das kurz sein lassen? Dankeschön. Ich würde gerne ein Manöver simulieren. Okay, das scheint irgendwie gar nicht zu funktionieren. What the fuck? Okay. Äh, das streichen wir einfach mal. Aber da fehlt nicht viel. Wenn man ein bisschen Schwung hat, kommt man damit tatsächlich bis zum Mond. Okay, ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Den werden wir das nächste Mal weiterverfolgen. Mit dem Block D-Triebwerk. Ähm, das heißt, wir bauen uns nächstes Mal eine Block D-basierende... Ähm, Zond 1 Variante. Also, das wird dann logischerweise irgendwie Zond 2. Und dann probieren wir das nochmal. Und ich glaube, dann sieht das ganz gut aus, dass wir tatsächlich zum Mond kommen. Wir stehen jetzt zeitlich gesehen... Lass mich kurz laden. Am 16. September 1961. Das heißt, die Chancen stehen gut, dass wir noch 1961 den Lunar Flyby hinbekommen. Wir haben noch 110 Tage. Wenn wir ein bisschen die Rakete beschleunigen... Ich würde die dann irgendwie versuchen runterzudrücken auf so 70 Tage. Je nachdem müssen wir mal gucken, wie teuer das ist im ersten Anlauf. Dann haben wir potenziell nämlich noch eine Chance, einen zweiten Start zu machen. Mit ganz viel Geld draufschmeißen, zum Beschleunigen. Und ich glaube, das ist den Versuch wert. Ich glaube, so machen wir das. Aber das machen wir nächstes Mal, weil jetzt ist es mittlerweile auch schon halb zwölf. Ich muss auch morgen wieder brav arbeiten gehen. Ihr hoffentlich auch. Oder in die Schule oder was ihr sonst so treibt. Und... Shit, den E-Vertest haben wir vergessen. Das stimmt. Naja, ein andermal. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, auch wenn wir eine kleine Bruchlandung auf dem Mars hatten, war es ein spannender Abend. Und wir werden uns nächste Woche Dienstag wieder in die sowjetische Raumfahrt stürzen. Und mal gucken, ob wir dann den Lunaren Flyby sauber hinbekommen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert. Und... Tschüss. Tschüss.